yo leute was geht hier ist euer play one mit dabei ist der liebe john moin heute machen wir mal ein live stream zu zweit vielleicht kommen später noch jassen oder so ja und wir hoffen dass wir ein win schaffen ja ich höre fort nicht irgendwie voll leise ich lande auf dem aus ich höre ich perfekt ich höre das spielzeug nicht mehr als ob er mich schnippt ich höre das spielzeug nicht mehr ich finde das nicht witzig und nutze lg hoch hat nur eine sniper geh einfach hoch er hat nur eine sniper ach du scheiße hätte ich auseinander genommen ich hatte keine waffe ich stand still lasst mal kurz zum lobby ich höre die spielzeug nicht du hörst mich perfekt ne in der tat warum höre ich den spielzeug nicht ich habe nichts gehört keine waffe keine steps gar nichts hintergrundmusik höre ich jetzt mal gucken mal kurz auf einstellungen und soundqualität filmquenzen sprachschild soundeffekte 100 100 100 soundeffekte visualisieren kreis nein machen wir nicht fertig und die nächste runde die runde die gerade war ja die war reingeschissen genau wie die erste aufnahme die erste aufnahme gibt es ja nicht mehr heißt das noch mal wenn ich jetzt ane copyright genau urheberrecht ich kann meine box ein bisschen musik das schiebe sonne von eben dieser 15 sekunden stream ich hab dann gelöscht direkt halt aber um so laut was geht denn jetzt ab bei mir ist es voll leise bei mir war es wirklich voll laut wie leise im spiel jan was im spiel oder was in musik ja ok eigentlich ganz entspannte musik muss man anmerken ist sie copyright nein ich habe extra copyright free musik gesucht hey wie kann jetzt einer schon im host sein jan ich bin tot was jemand redet mich die ganze hinterher ich habe keine waffe wo ist der ich rinde gerade zur tankstelle ah nein hier ist auch einer ich habe neugierig eine waffe ich habe gar keine falle ich habe gar keine falle Habs gehört? Wow, hier wurde einer weggelasert Hier ist einer Wo ist denn der? Bei mir One-Shot-Miner Digga, nein, das hast du jetzt nicht gemacht Ich wollte nicht, dass du drauf gehst Hast du das Pump-Moden wenigstens schon, das ist eine kleine Entschiedigung Nein, hab ich nicht Let's go, Digga Ich hab so Dreckswaffen Ich hab ne Pump mit einem Schuss Gegner von uns Okay, warte, wir gehen noch nicht rein Da, ich hab ein Sturmgewehr Passt schon Oh fuck, mein Nein, mein Bildschirm schallt sich gleich aus Da war gerade so ein Da, äh Oh, da ist ein Biggie Ah, das seh ich schon Hau rein Nein, trink Oh, wie viele sind hier? One-Shot Ich weiß, dass sie alle One-Shot sind Lol, ey, es hat so geleckt Bei mir bin ich im Knabenstorben Bau, 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 Bau Bau dich hoch, Bau dich hoch Nein Schade Schade Ich hab so krank Legs, ne, das ist unglaublich Ach, der war auch ohne One-Shot, Digga, das so Boah, der wurde fast gesnipet, hey, juckt ihn gar nicht Hä? 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 Was macht denn der? Ist der behindert? Der baut doch noch wie ne behinderte Kartoffel The reason of my night It's the reason of my night Digga, warum hab ich das so nicht verkackt? Ich wollt grad auch Musik anmachen Boah, der ist auch ein Geist hier So, jetzt YouTube, keine Umfrage Welcher YouTuber macht das immer an, wenn er kurz vorm Win ist? Oder kurz vorm Sterben? Ähm, warte War das ne Standardskill? Nein Nein Das machen aber viele Nein, das macht eigentlich nur Apo Red War das wirklich Apo? Yep Was macht denn ein Standardskill? Ein Standardskill macht immer diese, ähm, Action Musik an Ja Wenn ich so, äh, Vor kurzen, vor kurzen, ach ich kann kein Deutsch Ok, jetzt ist das hier Ok, jetzt ist es das hier Wenn ich, ähm, wie heißt das, fast ein Epic Win mache, mach ich so, it's the reason of my night as End Musik die ganze so am legen bei mir ist kein bei mir ist ein schwitzer glaube ich ja oh mein gott ist das ein schwitzer er trägt nicht er bringt mich in seine höhle er will mich vergewaltigen er baut mich zu er will mich vergewaltigen opfer er hat mich in seiner höhle vergewaltigt er hat nur 25 kapitel schnell du bist das das war lust ich hab so lex ich hab keine muni nein meine karte fuck ich hab so lex das ist so ekle wichs weh dann da oben alter das war ja anders sandwich gerade ich gehe wahrscheinlich gleich kurz mit meiner face wieder hoch so kann doch kein mensch spielen das ist ja eklig ich dachte ihr habt einen router oder einen verstärker gehört ja und ich dachte der wäre nicht verbunden und so fühlt sich das auch gerade an so wenn ich eine internet für test mache fliege ich da noch aus fordern raus eigentlich schon perfekt dann lasse ich das erstmal wenn du internet test machst wirst du zur startseite wo du dann in die lobby reingehst wo du entscheiden kannst entweder wo du x rücken musst oder dann kannst du entscheiden rette die welt oder kreativ oder schlobby wir sind beide stufe 11 nice ey bitte es leckt nicht wieder so ja john das das boke machen wir alles ok ich mach das gleich an wenn wir kurz vor einem window sind kannst du auch auf twitch live gehen ich bin nicht so der streamer ich hab nen llama da werde ich jetzt erstmal direkt hingehen äh ich hab das gar nicht gesehen ich hab das gar nicht gesehen ich hab das gar nicht gesehen äh hier schwebt jemand ohne hängenkleider du arschloch er will einfach mal nen loot klauen dann töten wir den ey er hat ne waffe ich nicht ich hab keine waffe wo ist der cake keine ahnung hat der da ne pistole der der bei dir war ja ah dann war der das hast du ne waffe für mich oder so boah ich lagge ich kann dir nur ne pistole geben das ist schon ok hier ist ne pump doch geil danke ah yes da kommt einer komm her baby du wirst jetzt aufgegessen wo ist der cake ah über uns was macht er da unten fack doch nicht ab rennt doch nicht weg ich kann nicht schießen rennt er weg wie ein verrückter john john und sein wählen dann hallo was ist passiert internet du stehst wie du ganz da drum dann wechsel mal schnell nach oben ich bin dabei was ja das ist so eklig ich bin da dabei ok ich bin da ich bin da wann stirbt denn dein charakter wann stirbt dein charakter ah jetzt keine ahnung ich kann es dir jetzt auf jeden fall diese tausend metzgen das steht schon mal fest so eine wichse wo ist denn die ganzen gegner hin na da ja ha wollte er mich snipen dieser cake oah der hat mich durch im bus gesnake oh ich hab den getötet fix mal nicht du vor João João was hihihi auch hier kommt schon der nächste wo ist der pisere da ist ein pisere aber hier müssen wir noch irgendwo anders und ich konnte gerade da nicht bauen wegen dem scheiß respawn oh mein gott er hat mich weggeladert im wohnzimmer das internet so wie photoshop nein ich durfte hier mit Fabian der der gerade greift bei vordern der noch schmaule kommt ja was wirst du was schmaule nachholen ja was war da mhm 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 ich bin gerade zu dem den Kanal runtergestrungen vor dem garten der ist auf dem auf dem und ich möchte mich mal kurz verliessen ich muss mich scheiß drauf Überall, ich schluss. Ah fuck, ich mach jetzt solo versus du. Ich mach solo versus du gerade. Ich hab gar nicht darauf geachtet mehr. Das war gut. Egal. Wir ackerten. Mein Kopf hoch. Okay, reicht. Oh ja, der ist auf dem Baum gelandet. Ehre. Hä? Ist das dumm? Wahrscheinlich ein Boss. Einen hab ich nicht erstreckt. Das... So. Ab gehts. Nächstes Leben Wohnzimmer. Iconic Skin! Ach ja, lass mal gleich das Iconic Duo machen. Können wir mal machen. Aber er... Ey. Zu dem hat kein Iconic Skin gepasst. Ist ein richtiger Bot. Vielleicht war es ja ein echter Bot. Hm? Vielleicht war es ja ein echter Bot. Kann auch sein. Cool. Der baut so ne Wand ab. Was ist? Der bleibt stehen. Baut nicht weiter ab. Hm. Wurz. Ich hab einen Rocket Launcher. Ah, da ist ein Gangster. Gangster, bleib stehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin tot. Okay. Jo, ich komm in die Lobby. Ich kämpf gerade mit dem HDMI-Anschliff. Ich bin tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach, immer dieser John. Ich mach mir kurz das zu essen, okay? Ja, ich bin in einer Minute vorbei. Jo, ich bin in der Lobby. Mach mal eine. Los? Ja. Nach's. Ja. Ich bin in der Zwischenzeit. Ich bin in der Tasken. Oh mein Gott. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 ich habe mich gerade übel ich auch aber nur wenigen lecks boah dicke ich wüsste gerne was ist das für ein pinger ach du scheiße ich kann nicht verbauen ich habe schon untergeflogen ganz unten nein ich kann ach du keck da will ich schon nicht lange warten lassen ab wir sind so anlegen Prozent es ist so anlegen ich will mal wissen wie er die stufen gemacht hat und ich meine meine ich meine Stufen 1 2 3 es ist so am Lägen da ja was mache ich jetzt bin ich komplett und anzunehmen wir fahren nur bei Schiffe hallo reicht doch es ist so am Lägen es leckt das kann man ich kann mein Baum und Gott sei denn. danke es ist so es ist so unglaublich es ist so am legen und einfach ohne pause weitermachen dass man weiter runden spielt ja ich kann nicht mal bauen besser da unten hat er sich wohl läuft gegeben aber no joke genau das hilft dir besser zu werden also wirklich jetzt also 1 gegen 1 helfen dir wie kann ich mein ping anzeigen interessiert mich jetzt auf einstellen dann müsste das hier unten hatte komisch warte option anbinden keine ahnung wie ich das früher gemacht habe ja gut egal ich werde auf jeden fall die runden dickseid kacken kräftes modus noch drin auch mal duos rein ja warte mal gucken wir mal wie viel aufrufe katja das video hat 270 apache 4800 kräftes modus kräftes kräftes test kräfteles kräftes 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 oder haben die steuerung komplett geändert einstellung keine ahnung mini karte verbindungsstatistik musst du bei hut ja wo peng 20 habe ich platzierung in mir stehen da komische sachen es ist so am legen na Ich werde nichts bekommen Ich komme Habe ich bekommen Ab beide Läuft Und das waren keine Bots Gegne Ach da ist ein Gegner Welche Ist der genockt? Oh Digga das ist ein Board Ich wurde von irgendwo gesniped Oder Jemand hat mich versucht anzuschießen Ungefähr Richtung Müsste glaube ich von S gekommen sein Einem schießen welche Der auf den Haus da Puh Ich hab den hinteren gelasert Okay der andere gehört Dezent mir Ach da Hier ist er hier ist er Der geht gerade auf dem Dach Den anderen habe ich zog Dings Wie heißt er ist gesniped Jan hast du auch geklaut Ey aber hier sind zwei Bei mir ist Jassen Bei mir ist Jassen Ich muss ja den töten Ich muss ja den töten Ey Jan ohne Spaß jetzt Ich muss ja den töten Okay Ich werde sonst abgekratzen Ist doch egal So einer bist du Nein ich bin nicht so einer Aber hier müsste noch irgendeiner sein Ich hab nen Schuss gehört Gibt's hier wenigstens ne ne grüne Pampo Okay Ich werde angeschossen Schaffst du? Woah hab ihn gelasert Er ist deiner ist deiner Warte mal Er weiß dass er dass du auf ihn schieß ne Möchte trotzdem mich töten So ich dachte er wäre ein Gegner mit nem Boot oder so Möhm Ich wollte die Tankstelle wieder springen Alles nachladen Boah ne Ich sehe noch einen Wollen wir den Pickaxen gehen? Mh Ich muss erstmal gucken ob der wirklich allein ist Lass mich einmal bursten und danach gehen wir den Pickaxen Ich muss erstmal gucken ob der wirklich allein ist Soll ich mal erschießen damit die uns Das sind zwei Warte mal Sie haben sich nicht wirklich gerade runter gebaut Hey Oh der hat mich gesehen Okay lass dir mal Pickaxen gehen Ey das ist ein Noobs Gib den keinen Sniper als Shot Aber ein bisschen Oha der hat mich weg gelasert Ich musste den Den Oh Okay du hast den schon gekriegt Boah scheiße ich dachte du killst den anderen nicht Ich dachte wir holen erstmal einen und danach den anderen Hier sind noch welche Von wo? Von da wo wir kommen Ich kann nicht bauen Du Wichser Internet Nein Nice Nice Schlampenwähler Äh Okay Boah 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 Der sich Der mich geholt hat Ich hab'n Bandos Egal Egal ich geh jetzt einfach nach ne Runde angeln Wär das ist ne Aufnahme dann müsstest du meinen Teil kurz rauspiepen Als ob schon wieder kein Fisch angebissen hat Egal Hier ist noch ein Lippe Das ist nicht bei mir an wie ein Roboter Ja warte Ich brauche Hilfe Ich auch Der auch Der auch Der unter ist One-Shot Und wer gibt's nicht Bluelive dieser Blaster Was soll ich machen mit solchen Lacks kann man nicht spielen Ich geh nochmal mit meiner Placing weg Das waren keine Bots Ne äh ich bin nochmal kurz weg ne Wohin gehst du Diesmal noch eine Etage hoch Nimmst du immer am Fernseher mit? Nein Nur PS4 Hä Habt du überall einen Fernseher? Ja Boah Hat gerade jemand jetzt weggesnipet Okay Dann ist gleich Ich bin ja da Jo Ich bin ja da Ich habe mich sehr, sehr, sehr gut gemacht. so Let's go. Let's go. Let's go. Was für ein Keck. Let's go. 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 Yeah. Let's go. 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 Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Okay. Let's go. Let's go. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. 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 auf ihre ich habe so wenig Liga da oben wirft gerade einer den anderen rum ob man zu sagen du hast so wenig Leben nein die Liga ob er der dr ab war Prozent nein danke ich habe vier kids wir einen hat die fresse hier glaube sagt danke hat auch immer eine pump oder so darf ich jetzt mit der grünen farm als das ganze spiel spielt 90 hier liegt der bank wo ist das nein das sind schützer hier sind zwei okay die feiten die feiten heißt unter die einer jahre weiter ok ich habe mich nicht hat ich schon gut ausloch der meinst du nicht genau du bist so ein wort ich war bei einer Sekunde da er doch immer drauf die ehrenlos 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 die ich bin ich so einer ab ist nicht so ein ja eine h es ist mir reden von mir nicht von dir wir von dir ist vor ich sehe hat man mit und du bist so ein arschloch fernsehen ja und dort ist das da man denke mir die metz immer mit gibt mir den weltseite wieder sagt wird ja nicht ich mit hallo ich möchte von mir steine ich habe eine minigun für dings da weißt du erklärt mir meine ich kann mich jemand damit abballern warum habe ich deine killst du kannst dich auch selbst damit abballern er auf dem Boden auf dem Boden oh no jesus hallo jassen ich bin hier nicht der fortnight profi ich immer ja wer denn von uns ist kein fortnight profi doch hier beide nein ich trau nicht nein du suchtest das ja nicht ich such das gar nicht granate doll ja wer hat mich ges- ach jan du kleiner go ich hab nicht mal ne sniper jose auch ach ich hab sogar getroffen ach ich weiß vorher meine beiden ich sag ich sterbe jetzt ach 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 ich dachte ich sterbe jetzt ach 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 richtig ich gehe ich auch nicht gut ein motorboot dass man hier in den bald reich die kiste okay ich glaube du kannst loslassen loslassen und was denkt Fabian jetzt äh nein ersten du darfst nicht immer zweideutig denken die Zone kommt Null ja du bist manchmal pervers ne warum kommt das denn jetzt was ist das ihr wollt schon ihr müsst in die Zone Dose Dose Rostig die war gar nicht rostig ob hier Gegner noch sind bestimmt ich bin ne Tech ich will keine Spahn ich werde du fahrst mich jetzt an fahrst mich an ne ok Gegner von mir ich hab Gegner gespottet ja genau da ja nein nein es gibt Müll oh mein Gott Yassin du Keklauer alter ey Yassin hör mal bitte damit auf jetzt hörst du den ich schwirr dir ey hilfe kleiner go alter ist geklaut der letzte gehört absolut mir wenn ihr eure Eltern liebt ich könnte ihn so töten guck mal ich bin neben ihn betracht nach Karriere wer dem zug mir da ist ffp schäfer das auch schon abgezogen ich wollte ich weiß das nicht zum Ende der Hase war schon gesagt ich weiß ich weiß ich habe die einstieg in der Wende dort weil ja weil ich den Dings gilt und wie heißt das ihre Geschosse Gn da muss Koyacin sieht und einer ist laut der Englager Der will nur seine Killquote verbessern. Das ist maurokanische Taktik. Es geht nur besser. Es geht nur besser als Minus 2. Ach. Bei Minus 2, weil er in jeder Runde zumindest zweimal stirbt. Wie, ich bin ja bei dieser Runde nicht gestorben. Warte, bis jetzt. Deswegen. Ja, aber was war letzte Runde? Wunder bin ich gestorben, du auch. Ja, aber du bist nicht gestorben. Ich habe, nur weil ich meine Kühlschrank spielen lasse. Du warst der, der meistens gestorben ist. Nee. Doch. Ja, ich spiel seit zwei Stunden, seit... Ah. Ich bin wieder getroffen. Warte, du spielst seit zwei Stunden? Ihr, ich habe gesagt, ihr spielst seit zwei Stunden. Nein, nein, tue ich nicht. Frag mal bitte, Fabian, wie oft ich weg war. Mhm. Genau. Ich habe viermal ausgemacht, weil ich viermal mit meinem Fernseher umgezogen bin. Wir hatten so Auseinandersetzungen mit dem WLAN. Oh, das könnte ich sein. Alter, das ist auch nicht gerade das Beste. Immer am Zocken, dieser Köder. Ich habe Emre gesehen. Nein, Emre ist nicht da. Immer am Zocken, dieser Köder wollte ich sie sagen. Emre ist in der Arbeit. Ach, das war's mit der Ehre, Digga. Ja. Ehre hoch. Emre kann nicht arbeiten. Und der ist dann noch am Streamen, Digga. Der ist auf dem Geburtstag. Der ist auf dem Geburtstag. Ich habe Bilder, wo er auf dem Geburtstag ist. Aber das stimmt ja nicht. Der hat mir Hallo gesagt. Glaubst du mir doch. Der kann ja gar nicht arbeiten sein. Der arbeitet? Der hat mir gesagt, dass der Geburtstag ist. Der ist arbeiten, glaubst du mir. Der kriegt alle Eingriffen. Ich muss ehrlich sagen, das war hart. Schützelegal, glaube ich. Ich kann nicht in das Boot rein. Ich bin ein... Jan, willst du mal in die Zone? Ja, ich kann nicht in das Boot ansteigen. Es ist einfach am Lägen. Ich dachte, du hast Dings. Wie heißt das? Ja, ja, aber es ist ja in Ingengenback. Ey, bitte, dieser Fluss hier, Mann. Er geht einfach in die richtige Richtung, der Ehren, Mann. Der Ehrenbruder. Ey, Jassen, stell dir mal vor, man könnte das Boot da fahren. Das ist ein Wrack. Ja. Das ist ja kein Wrack. Das ist nur was kaputt. Hä? Hier ist die Kisse. Oha, Alter, was ist denn hier gebaut? Ey, die Fighten da. Ohala. Hier ist, äh... hüppische P90? Hab ich schon. Schauen für dich? Vielleicht. Hat ich mal ein Blue Life oder so? Oh, ich hab grad wieder rumgezogen, weil ich nehm einen Sniperschuss gehabt hab. Ja, von mir. Und ich war gerade für die gezingen. Ah, die hier... Alter, wie viele Teams sind hier? Oh, du bist nur ein 30er, guck mal auf mein Leben und er gönnt dir einfach ein Biggie. Ich hab nur Minis, gönn dir. Ein Dropper, ganz schnell bitte. Wo sind die? Das war ein Board, Fabian. Ja, aber guck mal links jetzt. Das sind keine Bolz. Okay, das sind keine Bolz. Die Bauten schon recht gut. Glaub ich. Ist mir egal, ich schneide ihn trotzdem. Mein Metall. Wow, wie viel Leben, wie viel Dings hat er? Holz und so. Äh, da liegen dann Minis. Die liegt noch ein Mini. Äh, Digga, ich weiß nicht, was die da hinten gerade veranstalten, aber... Ich glaube, ich zwei, äh, Squats. Oh, ja. Ja, muss ja. Ich glaube nicht, dass wir wie Autisten einfach gegeneinander bauen. Nein, ich meinte Full Squats. Ey, da hinten ist ein Holz-Lama mit einem kleinen Lama oben drauf. Guck mal, man muss einfach mal den Fabian trollen. Hä? Ich glaube, der Mini, den du markiert hast, der ist einfach unsichtbar. Oh mein Gott, der ist One-Shot da drin. Ich auch... Ey, Alter, als ob der jedes Mal trifft. Hier sind drei Leute. Drei Leute. Ich glaube, ich sag, der war noch nicht One-Shot. Ich... Nein. Der andere war nicht One-Shot, den du angeschossen hast. Der andere, den ich angeschossen habe, war One-Shot. Dann sag doch, dass da zwei war. Da waren drei. Ja, drei. Man muss doch einfach mal ein bisschen flexen. Bitte, polen Sie einfach. Bitte. Komm, polen Sie die Kills. Oh, oh. Was hat der für eine Waffe? Alles. One P90. Ich höre, das hört sich an wie... Guck jetzt. Wie letztens, ne? Wie heißt dieses eine Gewehr? Dieses... Nicht-Trommel-Gewehr, dieses... Pass auf, dass du dich runterfliegst. Hol dir und versuch, die Karten noch zu holen. Jo, easy, ne? Ich hol die mal eben. Ja. Ist ein Neubot, so jetzt. Achso, deswegen bist du auch gestorben. Ja. Ja, okay. Bei dir. Und was soll ich... Runter, runter mit ihm! Oh. Oh, ich dachte, der editiert anders. Er hat dich gelegt. Nee, ich dachte, der editiert lang anders. Boah, wer ich jetzt? Ey, lass mal anders spielen. Lass mal machen. Jeder geht in eine Solo-Squad-Runde und wir gucken, wer weiterkommt. Hä? Nein, das ist scheiße. Wir machen das so. Jeder in der gleichen Runde, aber jeder hat einen anderen Spot. Salty. Ich gehe nach Salty Springs. Ich bin scheißegal, was du sagst. Ich habe es für erst gesagt. Ey, John. Okay. Ja, aber ich so. In Salty sind die meisten Bots. Also. Nein, für mich in Salty, die da laufen nur Tryharder rum. Hä? Ich habe da bis jetzt nur maximal zwei Tryharder gesehen. Alle sind sonst Leute, die die ganze Zeit gegen eine Tür rennen, wie so, nicht ob der Lose, sondern so geistig Kranke. Ich wollte nicht behindert sagen, weil behindert ist nicht ein gutes Wort dazu. Behinderter können ja nichts dafür. Geistig Kranke auch nicht, aber. Heute gab es einfach vier, für vier Euro, 20 Schick Nuggets. Mac Kiss. Nein, warte. Vorgestern gab es Big Mac für einen Euro. Habe ich mir gegönnt. Gegönnt. Gönnung war da. Aha. Aha. Ansage. Dein Internet ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Entweder sein Internet oder er muss da ausmachen. Nee, ich konnte sein Internet. Ähm, wo ist der? Ja, wir sind da dein. Geil. Ach, hast du rausgehangen? Weiß nicht. Ich glaube, das Haus ist ausgeflogen. Hey, Jasen, wo soll? Ah, nein, wir machen ja diese Mensch. Ja, er hat ausgemacht. Hä, was? Was? Nicht passiert. Jasen, wo gehst du hin? Wenn Gianni da ist, gehe ich nach solch. Geh hin. Alter, wo ist denn das? Müssen die Mädels? Müssen die Mädels? Ähm, ja, ich konnte wegen deiner, Markierung lassen sie sehen. Haaah. Du, 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 du. Okay, Jasen, wer wird die meisten Kids haben? Du oder ich? Oh, ey, wir machen beide Solo. Es ist Quot jetzt. Ist so. Scheiße. Scheiße, da habe ich gar nicht mehr gedacht. Hm. Hm. Aber wir können ja da sehen, wenn wir Kills machen, ne? Ja. Wie viele fliegen? Ein, zwei. Ja. Ja. Es kommt nur ein ganzes Scott mit. Du, sorti. Mhm. Aber es sollte, hier fliegt einer ohne Hängekletter. Ja, du, das ist ein Bot, das ist ein Bot. Die ohne Hänge, das ist ein Bot, meine ich. Oder hat der, der hat weder Problem. Oder ja, oder das ist Can mit seinen Wederproblemen. Man weiß es nicht. Oha, die Falten. Das heißt, das sind zwei Squats. Wahrscheinlich zieht, der zieht bestimmt um. Warte. Also meinte er, er zieht um. Ja, der ist ja von, wie er mir gesagt hat, ist er von ganz oben, ganz nach unten gezogen. Weil oben zu klein geworden ist, irgendwie die, diese Partei da oben. Hallo. Der Fabian ist im Haus. Oh! Er schreckt mich die Deu... Oh, Alter. Oh! Fuck, Alter. Ey, Jassen, Alter, ich hab mir jetzt einen Fakt bekommen. Ey, Jassen. Digger, guck mal im Livestream. Ich hab doch zwei genutzt. Digger, ich kann nicht mehr. Hey, Digger, ich titter gerade. Oh, fuck. Nein, nein. Oh, scheiße. Ja. Ja. Wir haben keine Wahl. Kein Wort. Der hat mich abgeschossen. Und das heißt nichts. Ja, die Bots können nicht schießen. Also echt. Ah, ja. Ja. Hallo. Meine Schwester hat dir aufs Kabel gesetzt. Einfach weg. Ey. Aufs Kabel. Ey, äh, Jassen. Guck mal im Livestream, wie ich mich erschrocken hab. Digger, ich hab Herzinfarkt bekommen. Aber anderes Level, ich zitter immer noch. Hast du es überlebt? Watt, hast du es überlebt? Nein. Nein. Besser ist es. Nur ich hab es überlebt. Lebt ihr noch? Ja. Ich nicht? Ja. Ähm, die Sohn. Ja, ich stink nach Tier. Ich stink nach Tier? Und trink gerne Bier. Ich trinke Bier. Nein, nein. Exakt nicht. Komm, ja, es gibt zu. Nee. Das ist ein weckerer Pum. Für mich? Im ehrlich, ich höre gerade nicht. Türkisch Background Musik. Ja, okay, ich überlebe es selbst. Ich hoffe, du musst geschnapen, wenn du ein Stück trinkst. Niemals. Komm schon, sing türkisch. Fabian, seine Götunüsse kerem. Ich habe auch gesagt, dass ich Fabian's Arschloch ficken werde. aja, ich habe auch gemacht. Hahahaha. rawdander, die Kisten. Wir Kisten, aber kein einzig Lule. Ich weiß, nein. Alter, viele Kisten. Wir Kisten, aber kein einziges Lule. Au! Gönn du jetzt! Blue Life! Hast du denn da ein Problem? Du! Nee! Ah ja, man muss sich kurz... man muss sich beschweren, dann kriegt man Mühe. Boah, guck mal. Fahre, guck mal mein Ding jetzt leer, Mann. Also mein Ding jetzt. Mein Green Life. Blue-Full-Matrix. 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 Oh baby! Oh, das war's. Warte jetzt mal auf, Sabian! Load, load, load! Aua! Aua! Oh fuck, Alter, ich hab mein Handy fast runtergeschmissen. Äh, Jasen willst du auch mal in die Zone, ne? Guck mal, wie viel hieß das? Alter, guck mal, wo die Zone ist! Ach, scheiße. Ja, seltschach, das hat drei Mettkits. Mettkits? Da ist ja kein Mett drin. Mettkits, drei Stück. Ja, jetzt sind's ruhig. Du hast mich gar nicht verstanden, was ich gesagt hab, ne? Ja, nee. Was hab ich gesagt? Ja, was ne? Komm, sag! Was hast du denn gesagt? Keine Ahnung. Da guck, hab ich vorher gesagt, dass du's nicht verißt. Dä-dä-dä-dä-dä-dä-dä. Mach mal die Musikausfrage. Warum? Ich bin grad in der Solo- in der Solo-Score-Runde. Raaah. ich lasse sie so im hintergrund leise laufen wie wärs wenn du sie ausmachen würdest ein bisschen musik halt nicht automatisch zum beispiel ach du scheiße zum beispiel jassen ich habe früher immer raufschrauber 1 1 7 gehört die zone ist ja sind ist ein wrapping wo es ungefähr die zone ist bei diesen park die hälfte von misty meadows und wrapping wo es seine mitte ich schaff das eigentlich ich habe zwei medkits mit dem band aber wenn du in der zone wirst geht die zone wieder los egal ich habe ich schaff das ja trotzdem was man aber nur für den flex ich kann sehen ich kann es einfach da war blue life hauptsache du kannst hell sehen obwohl ja egal hast du blue life hast du wie viele kills 4 fabian 0 weil ich direkt getötet worden bin hat sie auch in der karte nein wir haben uns aufgeteilt hat sie gesagt dass du direkt getötet worden bist also ich habe etwas falsches verstanden was hast du verstanden ich dachte du hast gesagt dass ich gestern wurde hey john oh nein nicht john jassen guck mal du bist stufe 10 john ist stufe 11 ich bin stufe 12 ja nein ich bin gerade alles aufgefallen die zone geht ja wieder los halte ja habe ich gesagt ne ich lauf die ganze kohle das jetzt ein wrapping wo es so dass riesenpark auch warum ist die zone so schnell so gar nicht gern weil du so langsam bist ja auch die zone ist schnell gut doch vor dir müssen ein boot liegen sport oder oder doch da liegt ein das ist ja markiert eine waffe als gegner gleich bei jetzt schon das neue land doch nein 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 ich ging die felsen ich ging die felsen ich kann kein boot fahren ich schaue in die zonen rein kann kein boot fahren na klar kann man nicht auf der wiese boot fahren ja ich kann aber trotzdem kein boot fahren ein guter gut war er war bis auf jeden da war ein gegner und ich wäre weitergefahren wärst du damit er mich lasert rechts von dir oben auf dem berg links oder da wo hinter dir schicken ja die möchten die schicken auch nieder hinter dir ist auch was soll ich da machen man potze er hat sie tot ja entspannt ich komme zu euch rein kennt ihr er ist doch weitergefahren kennt ihr diese dieser kanal no copyright sound 23 millionen abonnenten haben die netzmerker kopf guck mal wer online ist den nation warte mal sollen wir jason einladen dann können wir trio team spielen arena ja aber das ist dann wieder scheiß äh wie heißt das pc lobbies nein nein auch nicht kein pc ist lobby sondern wie heißt das ach sprach äh shit ist das egal ob wir euch hineinladen themes ööööwo öööööh �-nönön 10 decía wh Musik Wir machen es aber so, wer einem anderen einen Kill klaut, muss dem eine Waffe geben, die der andere möchte Derjenige, der einen Kill klaut, baut sich vier Treppen hoch und springt einmal runter Ja ok, für Fallschaden Ich werde die ganze Runde nicht schießen Vier Treppen, bei vier Treppen, äh, stirbt man glaube ich nicht, ne? Warte, bekommt man bei vier... Du bist ganz genau, wohin geht's Bekommt man bei vier Treppen kein Fallschaden, oder? Doch, man bekommt noch Fallschaden Wahnsinn Ich hoffe Yassin bekommt ordentlich Fallschaden Ich hoffe nicht Aber jeder muss seine Runde clippen Also Yassin, du musst deine Runde auch noch clippen Äh, ich muss meine nicht clippen, ich hab Livestream Jaja, ich weiß, ich weiß Hab ich Hab ich grad geclippt Ey, das Deal kenn ich irgendwo, ja Ja, ich weiß, kenn ich Abspeichern Aber wenn man nicht vorwarnt, dann selber schuld, kann man nicht Wie vorwarnt? Ja, dass der One-Shot ist Ja, dass der One-Shot ist, man kann ja nicht hell sehen, oder so Oh, meine WLAN-Anzeige sagt, dass ich WLAN-Kacke hab Verdammte Scheiße, hätt die Waffe bekommen, ich freu' ihn Äh Ach Junge, doch auf, mach doch kein Auge, man Hä? Ey, ich komm zu dir Ich hab ohne Krass Ärger, äh, Schaden bekommen Er ist so schlecht Ich schütze, er ist so schlecht Oh, Junge, ich hab keine Waffe Ey, Jungs Ohne Spaß, guck mal im Livestream Warum? Ey, du hast ja voll der Hacker Töte ihn, töte ihn Das ein Bot, das ein Bot Was? Ey, Jassen, guck mal im Livestream, guck mal im Livestream Guck mal im Livestream, das ist ein Hacker gewesen Warum? Ich bin ins Haus gegangen, keiner hat geschossen Ich hab Schaden bekommen, ohne Grund Und ich konnte ins Haus zuerst gar nicht rein Ey, geh mal schnell zu meiner Karte Stell, runter Wo ist denn meine Karte? Ja Ja Ey, guck mal im Livestream, ich schwöre Das war ein Hacker-Move Okay, macht bereits Oder wollen wir ein 1 gegen 1 gegen 1 machen Killduell und wir dürfen auch klauen Wie? 1 gegen 1 gegen 1 Achso, wenn die 1 gegen 1 Ich hab auch jetzt keinen Bock auf Schwierigese Nein, 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 nicht hier Ja Ja, mein Ding ist so Creative von Und einfach Killduell im Dingens Public Ja Wer die meisten Kills macht, oder? Ja Oho Wir müssen auch nicht zusammen landen Wir können auch gesplittet landen Ey, ich geh sollte Ey, Junge, da sind nur Bots, Alter Ja Ich geh aus heute Okay, wir machen so ohne Soulty Ey, Jasmin, warte Hä, warum ohne? Ohne Soulty Ja, weil Die Bots, Digga Ist einfach Zu krass runter Äh, okay Dann geh ich ähm Pleasens Ich weiß, wo ich hingehe Aber ich markiere nicht Warum sagst du das nicht einfach? Die anderen dürfen ja natürlich dahin Naja Ich geh auch lazy Und Jasmin? Ich geh ähm Warte Ich geh ähm Ich geh äh 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 Ich geh steamy stacks Haha Normal stimmt Ja, wir machen ein Kill-Duell Wir machen kein Camp-Duell Hallo Ja Holy Hats Holy Hats Holy Hats Voll komische Jasmin Hats Hats Holy Hats Wir machen ein Kill-Duell Er landet einfach genau da Wo der Bus nicht lang fährt Hahaha Normal Der hat Hoffnung, dass er die ganzen Bots sind Hahaha Normal Ich hoffe die Zone ist bei mir und nicht bei euch und bei euch und bei euch ist es kommt nur einer mit? Es geht auch bei mir jetzt ein Gegner Oh, doch nicht! Oho Ich dachte es kommt einer nur mit Was ist Gott, dass diese Armee kommt? Ich bin ja auch Oho Von wo kommt ihr denn jetzt? Ja, ist ein Buss zum Bortling glaube ich Ich hoffe es ist Let's go Er hat ein HP 3x33 Geh der weg, aber Ja 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 ich bin weg Digga Dieses Game das bugt so ne Bei mir war ein Nose-Gen als er mich gekillt hat, hatte er plötzlich dunkle Reisen an Bei mir sind es zwei Leute Ja ok, ich bin kurz weg, ich setz mein Headset ab Sogar ein bisschen am Handy Tschüss 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 Gönnung Ich bin glaube ich auch tot, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich sterbe Bei mir sind so viele Gegner Ich komme hier nicht weg Ok, ich muss jetzt schlau kämen Oh, einer war getrapped Hä, warte mal Wo ist der Eingang vom Haus? Hä? Das Haus hat kein Eingang Ach du Scheiße Boah, ich wäre fast durch die Falle gegangen Ah, geht da Wo sind die Fatzen? Wo sind die Fatzen? Wo sind die Fatzen? Keine Mets Ach du mein Ich bin kurz weg Ja ist das Sinn? Hallo? Ich bin kurz weg Ne, muss das machen Was ist das? Wo ist denn die Gegner? Wo ist denn die Gegner? Das war's. Ey, was ist das? Das war's. Hör mich voll ruhig hier. Hallo? Jassen, irgendwie ist es hier in diesem Park jetzt zu ruhig. Macht dir das Angst? Ja. Jassen, ich hab dein Zuhause gefunden. Ah, ja. Digga, das ist ein Kill-Duel, das ist kein Camp-Duel. Was machst du da? Ja, ich find keine Gegner mehr. Ey, der ist schon gewonnen, Alter. Frenzy-Farm geh ich jetzt hin. Ach, Digga, Fabian hat schon wieder nur die Bots abbekommen. Das war wirklich keine Bots. Guck in die... Im Livestream. Ah, okay. Zwei davon waren Bots. Der Rest war kein Bot. Du hast drei Kills. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Fabian sagt, das waren zwei Bots. Ja, einer davon war keiner. Und die... Und die... Und die anderen waren keine Bots. Digga, du hast drei Kills. Ja. Weil der... Die anderen sind alle durch die Falle... Die anderen sind alle durch die Falle... Die anderen sind alle durch die Falle gegangen. Die anderen sind alle durch die Falle gegangen. Die sind zwei davon Bots und dann ist der letzte auch ein Bot. Ich schwör, das war kein Bot. Guck in Livestream. Ich bin wieder weg. Jassen? Ja? Möchten Sie mich coachen? Möchten Sie mich coachen? Geben Sie mir ein bisschen Tipps. Vom Profi zum Anfänger. Wo könnte ich denn am besten Kills machen? Oh. Wer kommt denn da gar nicht? Das ist ein Bot. Was? Oh. Die Krise. Und... Was war das denn? Ach du Scheiße, Digga. Das ist so unglaublich. Das ist so unglaublich, wirklich. Das ist so unglaublich, wirklich. Ich werde gleich noch bei Fabian chillen und warten bis... Digga. Fabian ist ja auch gleich dein, wo du warst. Digga. Sag ihn. Sag ihn. Sag ihn. Sag ihn. Sag den letzten, wenn da kommt. Wo ist denn der letzte? Das ist doch sowieso, Batz. Guck einfach, wo die hinkrabbeln. Nein, nicht da lang. Der krabbelt in die andere Richtung. Guck, wo die anderen sind. Vor dir. Vor dir. Rechts. Da. Ich glaub's nicht. Du musst ihn snipen. Ach. Ach. Er kann ja übernehmen. Im Nachladen. Juckt den anderen gar nicht. Oh, das ist so lächerlich. Ich wirst dir das nicht so lächerlich. Ich bin wieder weg. Nee, das kann ich mir nicht geben. Oh, nee, Digga. Ach, Kerstin. Warum habt ihr so wenig Kills? Was? Aber das Problem ist, wenn einmal Bots da sind und es nur noch so 15 Leute sind, dann kommen die ganzen Trihaler. Das hatte ich eben auch. Die Trihaler sind immer am Schluss. Oh, Gegner. Bots auch, oder? Ja. Das sind doch Bots. Da haben wir erstmal den Blut ein. Oha, Digga. Guck mal, du kannst nicht so snipen. Hä? Okay, das sind keine Bots. Nein, das sind keine Bots. Ey! Ey! Das sind immer wieder Bots, Alter. Das ist so unglaublich. Komm, Bots! Ey! Was machst du? Digga, was ist das? Das sind Bots. Das sind keine Bots. Doch, das sind Bots. Nein, das sind wirklich keine Bots. Ich schwör, das sind keine Bots. In deinen... Fabian, irgendwann werden die Bots besser. Das sind Bots. Das waren keine Bots. Doch, das sind Bots. Goh, der hatte vier Kills. Bereit. Der hatte vier Kills, das waren keine Bots. Doch, das waren Bots. Nein, 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 nein. Ich schwör, das waren keine Bots. Goh, was er macht mit seiner Spitzhack? Das ist kein Bot. Digga, wer ist er denn jetzt? Ey, warum sind wir so schlecht gespielt? Das ist ein Bot. Warum bekommst... Warum bekommst... Hallo! Der, der mich getötet hat, war kein Bot. Der, der gerade nachher gerannt ist. Das ist wirklich kein Bot gewesen. Das Ziel. Sieben Kills. Erste Hunde habe ich gewonnen. Wir dürfen nicht hinterher fliegen. Ei, ei, ei. Ich laden jetzt extra bei Fabian, okay? Mhm. Hey, 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 Digga, das ist unglaublich, was ich für Gegner bekomme und was Fabian für Gegner bekommt. Ja, ich geh mal hier. Wie geht das wieder los, Jason? Ja, ja. Spaß. Leute. Spaß. Fancy Farm. Nein, 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 das macht Fabian nicht. Nein. Er fliegt nicht bis zum Ende. Mach ich doch gar nicht. Hey, ich bin doch schon längst rausgesprungen. Ach so, oh. Oh, ich dachte, du machst das so ein, Digga. Scheiße, ich hab' verkackt. Warum fliegen bei Fabian hier Botchen und bei mir echte Spieler? Och man, ich hab' verkackt, Alter. Ich auch. Hier im Haus ist auch ein echter Spieler drin. Ja, das ist... Verpiss ich. Ich hab' keine Waffe! Nein, das ist ein echter Spieler. Ich bin tot, Jungs. Nein, wir sind auch ein echter Spieler. Ich bin tot. Ich bin tot. All right, mit mir weg! Das ist so unglaublich, ne. Das ist so unglaublich unfair. Da vorne. Schmerz. Digga, der hat mich so rumgeschmissen wie so ein Plumsack. Nee, ich bin wieder weg. Can, ich dachte, ich bekomme nur Bots. Wie viele Kills hast du, Ersten? Null. Vielleicht bekomme ich auch gern keinen Kill. Okay. Mach' kein Auge. Auge ist da! Aber... Hä? Was machst du? Aber du hast gute Waffen zum Kill machen. Warte! Hä? Gegner. Ey, das ist ein Bot. Nein, nein, nein. Das ist... Da rückt jemand die ganze Zeit rein. Der ist in den Heulbein gestohlen. Ja. Geh hin, wenn du eures. Ich hab Angst. Warte. Ich warte, bis ich hochkomme. Komm, hier ist ein Camp nicht. Was? Ey, und warum ich meine Spiele schon so leise? Ich check das nicht. Eigentlich könnte ich mich als Galaxy-Skin in einem Bus verstecken. Diesen Respawn-Bus, wo oben das blau ist. Oh, da sind Gegner. Komm, du kannst dich einmischen. Ich weiß, sicher noch. Aber ich hab' keine Welt. Warte. Wo war das? Oh, bei dir ist einer. Oh, Leute, ich bin nicht gut. so unglaublich so unglaublich digga du wurdest weg gelasert der wurde mit gelasert ich war aber nichts ich hab nur gesagt da kommt einer ich weiß aber das spiel ist doch dann zieh deine Kopfhörer raus und wieder rein digga warte ich glaube ich habe einen anderen Kopfhörer hey jassen wann ist bei dir zockertreffen jassen so jetzt siehts ab hallo hört ihr mich? nein hallo? wer war das? hallo? ja jassen wer war das gerade? was weiß ich irgendjemand kannackenmilz oder nimmts keine ahnung wie der heißt hallo okay ich probier es noch einmal ich geh Zolti aber wirklich einmal noch die wieder freinds fahren keiner geht Zolti ahja stimmt ja tja 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 danke ich Whisky Reds gm lami du und eine damen was sie ja er war aus 8.000 Millionen Trilliarden Leute naja bei mir sind definitiv mehr bei mir ist wahrscheinlich so die halbe Läubi gelandet bei dir vielleicht ein Viertel oder so oder das kann gar nicht mehr sein bei mir ist gefühlt gar keiner gelandet ich kann nicht mehr Sprinten ich höre bei mir ist einfach gar keiner gelandet das mache ich nur jetzt schon wieder auch nur echte Spieler bei mir ich hab gar keine Spieler ich da wo ich den 300 Holzer aus dem angebotet ich habe drei Leute weil weiß wie du Bots erkennst wenn du einen getötet hast und der sehr viel Material dabei hat die macht der mit ihren Worten die haben meistens immer so jedes durch Zaun auf Heuze oder so bei mir ist kein Gegner das ist bei mir ist auch gar kein Gegner das ist scheiße bei mir sind auf jeden Fall schon mal drei weniger als vorher so viel kann ich sagen ich komme mal in deiner Richtung gleich ist ja nicht verboten hast du gesagt nö ist nicht das ist 0 oh mein Gott das hat gerade gelegt bei mir packt es klärt es nicht ich hab einfach sieben Monate ich hab hundertsechzehn nein hundertsechzig nur einen im Haus gefangen warum spielte immer nur zu dritt du kannst nicht spielen wenn du Bock hast aber welche Konsole spielst du denn schreibt mal in den Kommentaren warum spielte immer zu dritt da die anderen gerade weg sind ich will nicht mit euch spielen euer Niveau passt nicht zu meinem Level er sieht ja auch nur die Sicht aus Fabian Perspektive was soll das jetzt heißen ich habe mich nicht mehr Fabian ich habe vorher denkt das wird nur also stehen wie Fabian die Gäste mit dem Gegner die erste ist nicht verboten dass ich hier bin das ist verboten hat schon eben gesagt ich hab die Regel nicht gemacht Prozent mit dem Xbox das Spiel auf der Xbox also von mir aus kann er mitmachen Junge du Killklauer nein guck im Livestream das ist wirklich mehr Kill gewesen ich hab den ich bin das hat Killklauer okay warte ich muss mir Schaden geben ich muss mir Schaden geben oh mein Gott okay dann Killklauer ey 4 Blöcke ist schon wo? 4 Blöcke sofort oh 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 hey bei mir sind 4 Leute okay ey Jassen den einen hab ich wirklich geklaut aber den davor hab ich nicht geklaut da hab ich 110er Snipe gegeben und mit Stogewehr ich bin wieder weg ich hab keinen Bock mehr ey es soll mal sein na oder er soll schau mal komm er gleich dann kann er mit spielen er schaut mal du siehst ja äh unsere Epic Games Namen oben links hier Jassen hier Jassen oh ich geh mal zu diesem Doppelklamer ich will mal wissen was das ist Farmers ach das ist ein Farmerhaus oh war es bei dir gefällt oder hier bei mir ja ich hab einen Bot getwittet ah ich dachte schon ich hab irgendwie Schüsse rein gehört und dir sagt bei mir sind immer Bots ne ja ja mein jetzt kommen sie eigentlich zu mir du hast eine Anziehungskraft okay dann gehen wir richtig zu tun aber diese vier Treffen oh Gegner wo sag ich doch nicht ne ich komm dir einfach ich komm einfach zu dir ganz in der Arbeit nicht absteuern ne ich weiß aber vielleicht krieg ich ja ein Feuer ja wo ist er hin hä er ist aufgelöst der ist eigentlich ein scheiß Meister war rinnt ja ja hier ist ein zweiter Gegner ah Jassen hat den schon gefunden aber hier müsste noch einer sein und was los Jassen wie viel Kits hast du äh drei vier glaub ich nen Gegner gesehen Jassen geh weg oh du willst mit mir ein Snipeduell ja das ist ein richtiger Gegner nein das ist kein richtiger Gegner aus dem Titel aus dem Titel der hat zu er h her ich habe so viel mehr Spaß wenn man so ist es gibt die weißt du was und ich soll nicht die Führung ich hätte er die Geld ja wie viel Geld hast du 4 auf 4 okay es geht um die Wurst ja geweckt lassen folgt mir nicht okay ich verletze nicht du folgst du nicht weg alter ich gehe jetzt nach rechts okay du gehst nach rechts ich gehe so lange ich hoffe als ob gönn doch und Gegner ich habe gehört zur Hälfte oh zwei Gegner oh ein 105er oh den Gegner habe ich nicht gesehen ich habe nur die zwei hier vorne gesehen und zu sagen willst du mir den abschlafen er jassen das ist ein ganzes gott und das ist ein richtiger Gegner also ich habe 5 die steigen für ey von wo schie ey das sind zwei teams das ist ein ganzes gott das ist ein ganzes gott oder alles was ist ein ganzes gott ja weil du mein kill geklaut hattest guck im live stream du hast mich vorgewandt fabian muss man ja auch nicht doch klar das habe ich auch noch gesagt auf der ganzen karte kein bus angezeigt war in der runde überhaupt ein bus mini 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 das ist eine bessere tag und eine apg ich heiße stk stefzi 67 schnell weiter schnell weiter wieso jonas wenn du mit uns viel möchtest musst du mir eine anfangen schicken nicht ich dir du kannst auch mir eine schicken das problem bei mir war mich haben zwei teams angegriffen einmal von rechts und einmal vor mir oh mein gott oh digger jason hast du nicht gestrappt äh gestrappt hat äh getrappt kann kein deutsch getrappt laut deine eine apg noch was habe ich gesagt was habe ich gesagt ich habe auch gemacht 10 hp nice wow wie hoch seid ihr ihr müssen langsam runter die bauen sich gleich ab ich habe gewonnen ich habe gewonnen ok 1 1 steht 6 hatte ich 1 1 0 steht hätte ich mich nicht selbst getroffen hätte ich vielleicht nicht ich habe auch gemacht ich habe auch gemacht ich habe auch gemacht warum soll ich beleidigen du kleiner du kleiner kleiner was du kleiner du kleiner du kleiner du kleiner was denn entscheid nicht du kleiner du kleiner wichst ab ey lass mal irgendwie ähm wenn ihr beide irgendwie zur göttprüfung geht irgendwie raus geht oder so in die stadt keine ahnung was gibt es denn eigentlich morgen bei meckes ich weiß nicht was ist denn eigentlich ähm heute gab es chicken nuggets klater du scheiß app du hast sogar socken zu den chicken nuggets bekommen morgen gibt es mac menu small und happy meal dann ergibt oh oh am montag mac chicken 1 euro mac chicken ist so wie long chicken und am mittwoch äh lipton eistee 500 äh 500 milliliter oder milliliter äh für gar nichts kostenlos einfach kostenloser eistee kriegst du da wann am mittwoch nächste woche okay du hast an wen hast du denn die äh f a geschickt so die mal spaß wir dürfen nicht warum warum es nicht auf twitch warum soll ich auf twitch streamen doch geiler zum streamen ich habe nichts sagen zum stream ist jetzt den kummer was verkehrt wurde tritts besser aber was man geht was man geht naja habe ich den tod beim nächsten gegner ich habe keine waffe man hat das lange nicht ich habe noch ein aber zwei lange zwei damals habe ich zwei Jahre ich muss ab okay johann nicht jonas jan er hat dir eine fa geschickt zwei namen hast ich habe wenn jassen stirbt wollte ich mir sein lud dreckig warum wenn du tot bist ist doch nicht mein problem dann dreckig dreckig ich finde es gut du sagst 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 du ich bin so erster jan hat auch ein wir stehen nicht sterben ich habe über 1500 metz jetzt guck in den chat da ist nichts angekommen fuck ich bin tot ich meine den fortner chat du holtkopf nein kann man das nun sehen unten links da bei den kills wo die kills stehen ach komm ich klär dich auf ich habe vier kills gemacht ja schon aber trotzdem in killfeed steht das ja bei mir sind zwei kills angezeigt du musst auf option klicken dann l1 und dann auf teammitglieder ach da oh ja hier sind drei hp oder so unterwegs nein verdammte scheiße ich habe das alles zu verbauen was ich hatte warte mal du hattest nicht wirklich zwei lamas in dir oder doch aber ich habe ungefähr über 750 metz holz und 500 stellen habe ich auch noch verbauen wer hat denn dich getötet wer hat denn dich getötet wie sieht das aus egal wer dickster ehrenmann wie hast du wie sieht das aus oh digga ich weiß es nicht mehr ich habe mich so konzentriert die einfach zu holen gehen gehen ist alt der ist want out ich würde diesen worte es hat sich jungen die neuen järten selbst wer versteckt sich denn hier lasst mich warten baut ich höre ich habe hier gerade killt nicht geht sondern steps gehört irgendwo hier im wald jo epic wie wärs mit nem biggie und auf dem wald ja doch gehöre 110er hab ich gegeben ja 110er guck der ist one shot der fußdiskins one shot der war gar nicht one shot den habe ich 110er gerade gegeben den habe ich aber genockt ich wollte den nicht genockt komm zeige ich hole mal meine karte auf ehre ach was mache ich ich hole den ein solti hoch wo er niemanden töten darf ah ne man darf ja ein solti töten man darf den nicht in solti landen ja auch noch töten na klar darf man töten das ist schon vor endzonen das ist ein bot sie machen stell dir mal vor endzonen solti möchte ich gar nicht töten der macht auge ah jason war in der lobby er hat gerade verlassen dieser fußball skin macht auge ich höre der macht auge ich glaube ich mach mal gleich kurzen abstecher noch sollte oh mein gott du bist tot und du bist tot du hast keine netz der mutter der treppe ja jetzt von wo kam der denn das war der dann der steps gemacht hat ich hatte null kills was ist das das war die wunde ohne bots oh jason hat ein kill Jan hat 4 Jan hat gewonnen wie viel Kitzel hast du wie viel Kitzel hast du null um das mal klappen stellen ich hab gewonnen seht ihr den ey die war für so geil jetzt lesen ihn doch Jan möchte die Dings explodieren warte warum bist du solti ich bin da nicht gelandet guck mal solti das ist nicht Botsworn Schwarzborn ich schwör nächste runde ne äh darf keiner ne äh ne äh hallo nächste runde darf keiner in solti au di au di schießen wollte ich dir extra nicht sagen haha du bist gewohnt ey die nächste runde darf keiner in solti auch nicht da töten und sei es ja klar darf ich da töten nein das ist ein Botsworn was wenn die letzte zone sei es ja dann schon aber nicht wenn äh 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 die vorgende zone da ist noch weil so kann man sonst einfach irgendwo anders landen und einfach in solti gehen und töten ist ja das gleiche woran im Prinzip wenn dann äh überhaupt da landet ei ei ah ja jaja ffff moin cool es legt wie liegst du vor dir hier hinten es legt zu sehr bei mir er ist gut der gegner das ist definitiv kein wort aber die folgenden spieler die du getötet hast das lucht mich nicht deswegen das nächste runde sollte gesperrt für jeden hallo und tschüss das war so unfälliger das wäre mein kiel gewesen hier gibt dazu das ist am fährsten wenn solche komplett gesperrt ist nein warum sollte man das sperren das ist ein bot war das gerade im wort ja jetzt gerade nicht aber die anderen drei er war der der schiff hier der war geil oder nicht der türke einfach die nächsten runden folgt hier weg fertig ich gehe da einfach wieder in juckt mich nicht das ist eine ganz normale stadt auch in pläsen sparen viele wort ich hab das doch sogar veröffentlicht in jeder stadt sind genug bots damit sie aufgefüllt wird einfach auf der offiziellen epic seite dann lügen die hersteller von dem spiel die lügen einfach das ist doch so hallo ich hatte keine bots jassen hatte keine bots ich hatte übelstens wässer das waren alles treuer da ja was glaubst du denn wie ich meine ersten kills gemacht habe ja da war es aber auch nicht direkt sollte da wieder bei hallo entschuldigung dass nur bots und solche aus von der falle wenn ja treppi nein er läuft in meine alte rein da das ist ein bunt das sind so ekeavte spieler wirklich einfach sollte gesperrt du doch die angel weg ich überlege ah jo ich hab sogar ein medkit warte mal wie viele bandos sind das einer perfekt legto und hier sehen ich nur über die bandagen mitbringen ja geil ja auf ansage läuft er einfach rein so nähren man ey bruder vier bots nicht die runde genauso ok warum nächste runde ist gesperrt ne warum sollte es gesperrt sein der war eine legende wer war eine reihe der spieler 0 wessen gestorben bester bots hat er geschrieben jonas ich weiß nur was hier vor mir gegner sind nicht dann jassen ja gibt dazu du findest die regel auch gut das sollte komplett gesperrt ist man kann drüber streiten weil er wollte man die stadt sollte sind die meisten bots mich nicht du hast gerade 4 kills an bots gemacht ok aber ich habe auch schon ohne die 4 kills gegen euch gewonnen hat das ist ein erster sieg da kann irgendwas nicht stimmen ich wollte gerade sagen jetzt bräuchtest du das medkit komm her oh fuck und mein controller ist wieder unten ich sehe mir vor ich hätte auch schon die afg ausgewählt oh ich hätte gehört glaube ich der select select immer noch jetzt nicht mehr weißes zweifel wäre schon soll ich ja oder nein er kann mir auch keiner sagen dass das ein echter spieler ist ich glaube ich mich mich da doch nicht ein war eigentlich so gesagt kann man direkt in solchi dann macht keinen unterschied nein absolut unterschied machen mehr kids ich finde keinen unterschied oder ich lande einfach ein haus dann das nicht in solchi ist aber in der nähe da direkt fertig ich habe mich komplett gefickt so ungefähr da war noch mit ich brauche wenigstens ein paar bandos in mir digga weißt du ich bin so ein kack bot ne ich sehe sogar er visiert volle kanal digga er soll aufhören da macht mir richtig angst leid ihr mal die spaß die mädchen jetzt ein kill wir haben pc lobbies da wurde ich getötet links ich will nicht da sterben wo du gestorben bist aber frag jassen da waren zwei oder das war kein das ist doch direkt vor dir war ich das neben dir links war fabian auf du missgeburt ich hab dich gesehen dass das passt ich wurde links getötet jassen rechts und du jetzt in der mitte ja die feiten oh der pusht ey das passt wirklich wenn du da stirbst das ist die mitte ja es ist so am legen ne bei franzi farbs da waren nur zwei alter ich hab kaum noch mädchen kaum noch mädchen verwundert das noch das reicht noch das reich ich nicht gar mir digga wir fighten die bei dir nein der fightet mit john und du bist so verstecke ich glaube er soll aufhören er macht mir richtig angst ob der genutzt ich pass 12 einschussend bist der ist das ein bot jetzt und nehm dir nehm dir ok das ist kein bot aber der gerade gehalten aber der gerade gehalten war das eine war ich hab keine match gehabt da ist der try da ist der try juckt mich nicht wieviel kills hatte ich 8 oder 9 ok es steht 1 1 1 kann einer sagen wieviel kills ich hatte 9 ne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Spaß wir sind nicht bei Kapital hehehe ah wenn wir uns so lieben warum sieht man die waffen jetzt eigentlich nicht mehr dieser ey was macht der ah der möchte der möchte den blue ball äh blue ball ja ne wie hast du mir grad genannt blue ball hehehe hehehe oh no ne er möchte den blue ball let's go digger gönnt ihr den blue ball jona ist mal klar nächste runde geht jetzt los ähm äh dingster wer wollte bei uns beitreten warte mal er hat mir die fa geschickt ne ok ich muss mal kurz gucken kann ich bin spielen äh jonas stehler aber der heißt äh bei blaze nein nicht blaze äh bei epic name heißt er Stefzi 67 ja ok warte mal muss ich erstmal ganz kurz nachschauen aber sag immer auf jeden fall wir sind ja eh nur 3 pingo warte pinder king alter die 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 ohne sind sollte landen ich habe jetzt 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 mann 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 wo die andere landen er ist das müssen wir jason sagen dass jetzt gleich n äh das ist jason ist drin sag dir mal der soll nicht da landen wo andere landen er ist dich ey jason soll mal gleich raus wegen der zuschauer der soll mit spielen weil der hat ja vorher gefragt oder dich der tipps nicht der will unbedingt nach Неuseich lande und solltet abu chasin aber ich dann nur eine nirr wie gesagt eben er landet einfach genau bei mir darf hier nicht landen die wahrscheinlichkeit ist sehr hoch dass ich jetzt sterbe aber egal wenn ich wenn nicht okay nein nein du darfst schon spielen du hast ja vorher gefragt deswegen genau auch der klaut mir mal ne waffen alter so unglaublich du wichser gibt es mir nicht das sind keine trattet das sind keine platzieren sollte der einer davon waren bot wo ich es noch ein bot hier sind keine boten sollte der karte der mich angeschlossen hat da kein wort der jason klick mir auf meinem arsch danke aber wir spielen eigentlich gegeneinander so macht man ich habe zwei streckt jetzt krieg ich ein nette spaß so potzen ich guck dort stream wir müssen verarschen der mich angeschossen hat von der seite war keine jahr die zwei worten wort dort können ausschließen wort haben besseres einmal 20 spieler er hat nicht fast zwölf warum ich glaube der andere nicht ich habe doch zwei nicht erstreckt der 3k ich hoffe er wurde reviven jetzt wirst du komplett gefickt dann muss ich sagen wir hier in der ecke sein hallo wo bist du hingekrochen hallo auch chillt eigentlich jassim warum ist das so ruhig hier jassim killt auch die ganzen bots er hat bei sich auch bots ey jassim hörst du mich sollte ich so ruhig okay vor mir ist einer oh mein gott ja das ist so ein portfall werden das sind keine bots der du hast ja besser geheimt als das was für ein sport alter hält der antrike ist nicht mehr da ich rede kurz mit jason jason ja aber eine sache da ein zuschauer vorher gefragt hat wollte er mitspielen deswegen wenn das okay für dich ist weil wir sind dann eigentlich dann zu viert wenn der zuschauer mitspielen weil der hat schon vorher gefragt wir haben keine zuschauer einfach so drei runden oder so wünschen und dann kannst du mitkommen okay okay jungs ich habe mit jason das geregelt wir gehen jetzt nach dieser runde lobby und laden den zuschauer ein was hat jason gesagt okay hat er gesagt ich habe gesagt zuschauer kann drei runden oder so spielen und dann kommt jason rein jonas bist du noch da ach du scheiße eine goldene okay jonas hast deine xbox an und so alles lol ich habe die falle nicht gecheckt jason ist einfach beblieben jason hat schon wieder nur die boards abbekommen nein 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 der pump jetzt schon der war schon geil okay jonas nach der runde kannst du uns joinen ja warte warte ich muss ihm ja erstmal die fa annehmen wie hieß der swifty der hieß stefzy 67 ich glaube ich habe schritte gehört stefzy 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 ja ist das gleiche boah ich muss so pissen ne okay wir haben drei zuschauer jo was geht schreib mal in den allen kommentare ähm wie heißt das wer ihr seid und auf welcher plattform ihr spielt ich bin ich an dem stk stefzy 67 ja ja so hieß der boah der muss ich schiffen alter ich mach mir gleich absolut in die boxe ich hab deine freundschaftsanfrage angenommen muss ja nur annehmen jonas nimm die mal an und dann kannst du uns joinen warte ich mal ich glaube ich bin ein gegner weg ich habe irgendwie schütze ich hätte gerade irgendwie paranäer ich vergesse du ok Hey, hey. Mal sehen, wann Jassen stirbt. Du mir, oder? Was hat dieser Jonas gesagt? Frag, ähm, bist du gut? Ich, warte, der ist in unserer Lobby. Ich schicke dir eine Freundschaft-Anfrage. Warte, ey, der hat den Fabian-Skin an. Ah, nee, den Revi-Skin, sorry. Den Wurz-Skin hat er, den hab ich auch. Ja, der sieht doch aus wie Revi. Junge, Jassen, du hast genug gefarmt, du hast auch schon gewonnen. Kannst nicht einfach mal in die Action gehen? Ey, wenn du mich hörst, dance mal. Ey, der hört mich gar nicht, der Wechsel. Wer? Fabian, ey. Doch, ich hör doch. Jassen, wenn du mich hörst, tanz mal. Ich hör dich doch, hallo. Okay, warte. Ähm, Jonas, es ist ein Sprachchat. Jonas? Ja. Hallo. Hallo. Wie geht's? Gut, und euch? Bist du gut in Fortnite? Gut, muss. Was definierst du gut? Besser als Fabian. Ja. Ja, okay, das ist auch wirklich keine Kunst. Ähm, die Klappe. Okay, äh, warte mal, wir können's ja testen. Hast du Bock auf ein Eins-Gegangs? Ja, aber, äh, ich mach mal, außer, bitte. Also, nicht lange. Ja, okay. Jassen? Fabian? Hallo? Fabian? Wir haben gerade mit Jonas geredet. Hörst du mich? Ja. Okay, gut. Wir haben gerade mit Jonas geredet. Ah. Wir sind Zuschauer. Deswegen hab ich das gerade nicht gehört. Und er hat gesagt, dass er besser als ich ist. Wo sind denn die Gegner? Arrogan? Schwarz. Ja, warum Arrogan? Nein. Jan hat gefragt, ob er besser als ich bin. Deswegen. Das war ja, das war's. Ich geb auch zu, ich bin gerade schlecht, weil ich erst gerade zu Baumeister Bro gewechselt bin. Ja, hast du nur Legs? Ich lege, nein. Ich lege, ich lege. Ich weiß. Spring runter, spring runter. Alter. Komm, bau dich hoch, spring runter. Warte, wie viele Kids hast du, Jassen? Sieben. Wie viel hat Jan? Null. Okay, Jassen, du hast gewonnen. Zweiter Sieg. Hey, warum markierst du? Was würdest du sagen? Was ich sagen würde? Ja, du hast ja schon ein bisschen geguckt. Hat der gerade drei Mad Kids? Zweiter Sieg. Ich habe zwei Mad Kids mit dir weggelegt. Keine Ahnung, ich weiß. Du hast es nicht solltet. Okay, egal. Fabian, sag mal ganz kurz, wen findest du? Ich gebe selber zu, dass ich schlecht bin. Egal, was ihr erfahrt. Ich weiß nicht. Jan, du und Jassen, ihr kommt beide sehr nah dran. Ihr seid beide fast gleich gut. Das ist schwer zu sagen. Wenn man mal reden könnte, wäre es auch ganz entspannt. Aber ich bin gerade zur Zeit noch schlechter als vorher, weil ich gerade erst zu Baumeister Bro gewechselt bin. Ja, ja, also ich glaube schlechter als vorher geht gar nicht. Doch, ich bin schon schlechter als davor. Oh, ich habe vorher Oldschool gespielt. Was ist das? Safe, wenn ich jetzt wieder zur Oldschool gehe. Ich kann das nicht mehr. Ich spiele noch Blackboard. Ich bin gleich zu faul, bin ich umzugewinnen. Das habe ich auch am Anfang gemacht, aber ist unnötig. Wie ist es so auf Xbox zu spielen? Nicht. Ist das chilliger als auf Playstation oder so? Ja, ich denke, dass das Niveau von Xbox schon ein bisschen höher ist. Okay. So insgesamt. Ich höre Jassen, Jassen kämpft irgendwie. Ey, Fabian, warum höre ich dich wie ein Roboter? Warte, mein Headset. Hallo? Ja, Redner. Ja, das war mein Headset. Immer noch so ein bisschen, aber egal. Perfekt, er hat gerade seine 20-Bomb verkackt. Hallo, was macht der? Hä? Von 13 wieder, wie? 14. Oh, 15. Die kommen wieder. 14? Noch, also gerade kann er noch eine 20-Bomb machen. Warum kämpft der? Okay, warte mal. Ja, Sön? Ja, Sön? Hallo? Warum hast du gekämpft? Du hättest eine 20-Bomb machen können. Jetzt kannst du das nicht mehr. Ich denke, wie gerade was zu trinken geht. Ah ja. Also, ich glaube, Editing kann ich definitiv besser. Ja, Editing bin ich ziemlich scheiße. Gucken wir gleich einfach mal bei uns in der Wand. Nee, Alter. Ich blamiere mich noch. Okay, lass einfach normale Runden spielen. Na, komm, Editing. Warum sammelt der so viel Material? Ich weiß nicht, ich sehe es schon kommen. Er bekommt gleich einen Sniper-Headshot. Ey, dann hätte das ja kacke fallen. Ich spiele erst halt... Ja, ja! Oh, mein Controller ist leer, fuck. Er bekommt gleich einen Sniper- noch einen Sniper-Headshot. Und dann hat er umsonst gefarmt. Er hat dezent umsonst gefarmt. Ohohohohohohohohoho. Digga, das sind doch wieder bots. Okay, der ist ein Bot. Der ist ein Bot. Der Bot hat ihn gerade fast beschubbt. Save gleich Bot. Ey, der Bot. Der Bot ab, der Bot ab. Ey, die sind so kacke. Ohohohohoho. Er hat in Warnsch gefangen! Ey Yassin! Ich hab dir alle Warnschot gemacht! Okay, zurück in die Lobby! Yassin, geh mal Spielchat wegen dem Jonas! Okay, Yassin kommt jetzt Spielchat! Pai, mach mal bitte ganz kurz Kreativ rein! Er meint ja auch, dass er nicht eingespielt ist, deswegen... ...der ist schon angebracht! Okay, warte! Jonas hat den Skin, dann zieh ich den neu an! Ich hab auch euren Skin! Ah, was für Skins hast du? Ne, dauert zu lange! Wer ist da ganz hinten? Warte mal! Das ist Leon! Äh, von Emre der! Hallo? Der hat heute Geburtstag Party gemacht! Hallo! Endlich! Erwe, endlich! Ich hab Spielsett aufgemacht! Finally! Ey, du hast so umsonst gefarmt, ne, das ist unglaublich! Ist doch! Lass uns! Und du warst einfach plötzlich am Campen, Digga, das war... Ich hab ja was für den Gold gehabt! Ja, Mann, ich hab mitten in der Runde mal kurz was trinken! Ja... Ja... Digga, du hast... Du hattest knapp 2000 Maps, ne... Die ganze Zeit weiter gefarmt, ohne Sinn! Da wird der einmal gesnipet! Ey, auf Ansage, ne, fragt Fabian! Ich hab's gecallt! Ja, ja! Ey, Mertan ist... Ey, Mertan ist heute weg wegen Beschneidung, äh, Dingsfeier! Bekommt er seinen Pimmel abgeschnitten! Nein! Nicht, nicht er! Sondern sein... Nicht seine Netzsorgung, sondern... Wer ist das? Hunde, der arme Arzt! Stell dir mal vor, den Arzt müssen seinen Pimmel abschneiden! Hahaha! Hahaha! Ey, Alter! Ey, Alter! Nee, Digga! Okay, alle drin! Ach, scheiße! Ach, scheiße! Einfach verörende mal! Ey, aber... Ich werde so hart verkacken, ne... Hä? Was? Hä? Was jetzt? Ich bin ganz oben! Wohl! Ich kann respawnen! Ich komm nicht runter! Ach, respawn! Mertan bekommt Pimmel abgeschneiden! Wie geil wär das denn, ey? Hahaha! Das wär komisch, Digga! Ey, Bopper wird hier nicht alles voll! Ich glaube, du hast kapoten? Nö! Aber am besten... Ey, Bop! Wer hat mich angeschossen! Wie bitte? Wer hat mich angeschossen? Am besten Waffen, die im Game sind und nicht... Die komischen! Ey, Jasn, hast du mich angeschossen? Nein, warum? Irgendeiner hat mich gerade angeschossen gehabt! Weg mit der Kapstumsflinte! Ey! Ich hab nicht geschossen! Ey, auf dich geschossen! Ey, Jasn, ich darf dich einmal killen! Ich darf dich einmal killen! Ich darf dich einmal killen! Ja! Du hast mich auf! Ich geschossen, aber mich nicht getroffen! Ja! Kein Aim! Okay, äh... Ey, Jasn, komm schon! Ey, Jasn, du bist so ein Peach, Alter! Ja! 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 Ich lasse ihn als die Fresse, Alter! Warte mal! Ich hab so oft daneben geschossen! Ey, warte mal! Wo ist der... Warte mal! Wo ist der eine hin? Jonas? Ah doch, da ist er wieder! Ey, bitte nicht alles vollbauen! Okay, komm her! Hast du deine Waffen? Ja! 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 Komm hier hin! Hier hin! Ich bin hier... Fahrtbomber! Hier! Und wen? Ich fack mich schon die ganze Zeit ab! Ich bin durch, oder? Okay, äh... Bist du Rob bereit? Ja! So! LOL! Ja! Oh mein Gott, Alter! Jasn! Ja! Wahrscheinlich, Alter! Der ist mir hier reingesprungen! Jasn, Alter! Ich fick den hier voll rein! Null! Bist du, Alter! Was? GG! Okay! 1-0! Es ist noch nichts verloren, weil wir waren! Oh! Hä? Guck jetzt, Alter! Kennst du den hier? Ich hab auch nicht Spaß! Was? Ah, ich hab einfach die Goldene genommen, aber wir können auch Lila nehmen, wenn du willst! Nee, nee, nee! Im Endeffekt! Ich hab auch nicht mal aufhören, da hinten die Schwurte zu fallen! Ach, er ist ein Leiter! Hä? 200 Leben hab ich! Ja, Alter! Problem! Kill! Wir brauchen's! Okay! Drei! 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 Eins! Drei! 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 Einen Mann! Drei! Drei! Einen Mann! Wo sind sie? nein ja ich finde es witzig als er jassen was haben wir gewollt ja wollen wir wieder runter wir kommen einfach von vorne gibt es sich heilung alter ein minimus ich muss kaputt machen es bin einmal komplett runter gefahren fischendurch ja ja mach wenn du kannst Komm, Jassen! Komm, Fabian! Ja, mein, jetzt bin ich auch noch im Ärger. Bist du ganz unten? Wenn ja fast. Ja, aber... Bitt auf, Fabian! Ich bin überrascht, weil ich hier... Alter, wer das übergeht. Ah! Kleiner Go! Ich hatte so wenig Leben! Wie hast du die Falle überlebt? Ja, ich hab Talent! Ah, ja. Scheiß hast du! Tja, nun seien sie erstmal ganz weit, ne? Wo bist du, Fabian? Wo sind sie denn, El Karumi? Inso oben! Scheiße! Ich bin da oben! Da, wo wir gefeiert haben, Fabian. Ja, da bin ich nicht dabei. Ich bin mir mit oder ohne? Ja, hau dir, bin ich rein. Ah, ne, wenn du keine hast, ist es besser. Hä, hast du welche dabei? Ja, ja. Ja, okay. Fabian, verstehst du dich? Nein, ich bin da oben. Nein, ich bin da oben. Ja, wie oben? Ja, wie oben? Oh! Digga, wie kann man das nicht treffen? Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Scheiße! Bin ich wieder runter? Ich dachte, du hast mich gehört! Ich dachte, ich muss mich nicht mehr escape. Oh, verdammt. Ich hör ja, es ist ein Bau nicht so viel! ich muss bauen wie viel leben hast du eigentlich noch sehr wenig damit habe ich jetzt nicht gerechnet also spielen wir doch mit mir nicht okay ja klar ja hau dir welche rein ok jetzt gehts weiter ich hasse maximale bau nein diese schmuch den pappen kann alter welche schmuch den pappen kann alter die schießt so schnell ich liebe die kampfschotplatte ja alter ich treffe nix und er lasert mich weg normal ich weiß ja gerade gar nicht wo du bist nein nein ey diese schmuchtelpistole die ist geil die war zu viel schön ich weiß ich habe wieder auf kampfschotplatte ja diese piste ist noch op ja nein crisis die 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 aufgabe ich würde an deiner fälle auch einfach wechseln das ist so spät gewechselt also wirklich und trotzdem kann ich im zwischen ich hab von hinten einfach schaden bekommen ich muss dich jetzt ok ok jungs ich komme ich bin fertig welch ist denn die schwuchtelpistole? ey was machst du jassen? wir haben zu Ende gefeiert einmal musste ich holen oh die Arschne Digga warum gehen alle auf mich? warum macht meine dir 162 und deine mir eine 200er ey jassen was machst du? ey jassen was machst du? du Fotze ich finde es witzig wenn die Leute afk zu töten ne? ok jo ja ne alter ok ey frieb beruhig dich doch du E3 ja das ist ein cat cat gen ok 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 halt mal jetzt auf komm ich starte neu sonst ist hier alles noch voll hehehehehe ey aber für kampfflow spielst du gut muss ich sagen also wirklich ey jassen du musst schon sagen mit baumeister bro bin ich besser als bei oldschool ja normal es geht nur besser vertrauen es geht einfach nur besser der kann auch nur besser sein als nur mit der oldschool ich werde jedes mal auf das Dach von dem klotz geswagt warum bin ich jetzt oben? ja ich bin wieder oben geswagt was ist das? das ist eigentlich der Unterschied zwischen kampfflow und oldschool äh oldschool L2 R2 R1 L1 Eliant eeh ehehe lass mich doch mal den Geld ausreden eeeh dk warte ich habe weniger Leben schön ich mal ok Ah, schade. Boah, bist du kacke. Ich wollte schon sagen, das kann doch nicht dein Erstgewinn sein. Ja, ich bin bereit. Ah, Digger, ich dachte, wir haben jetzt Frieden und er ballert mir erstmal die Birne weg. Nee. Du einbeißen, ja. Boah, Digger, ich verbomb mich. Ah, Digger, ich geb zu, ich bin schlecht. Egal, ich hab mich gerade als übel zerbaut. Oh, Jesus. So, take meine Walle, du Arschloch. Hey, Alter. Ja, du pervers. Was? Spielst du, du? Ey, was? Bist runtergefallen? Ah! Ja, ja. Gut reagiert. Jetzt soll es bei dir wachen. Ah, ja. Ich hab's nicht schon gedacht. Aber nein, ist die Idee. Ey, du Jerek, Alter. Wer ballert auf mich? Ach, das bist du gar nicht. Ey, vertrau mir. Wenn ich baue, dann sieht das nicht so aus wie bei Fabian dort. Ja, weil ich gerade erst neu bin. Du bist so eine Minute, ne? Ich bin oben. Jonas? Wo bist du oben? Ähm. Ich wollte die ganze Zeit, dass ich das schaff. Digger, ich seh die irgendwie nicht. Okay, oben sind Jas und Jan ganz oben. Ich komm mal runter. Ich bin jetzt ganz oben. Okay. Ich hab so Angst vor deinem Edit, ne? Komm mal komplett nach unten. Ganz oben. Oben ist der Euersten. Deswegen. Das bin ich bei den Steinen. Auf die Plattform ganz runter. Okay, warte. Ich komme. Oh, Digger, nein. Nein, beide gut gespielt. Hier bin ich. Okay. Aber sei mir ehrlich. Hab ich mich verbessert? Die ganze Zeit was machen, aber es ist cutting. Ich weiß, dass du machen musst. Du musst dich rausredetieren und mich dann mit Trap führen. Nein, nein. Das weiß ich ja. Dass ich da nur einen getroffen hab, dass ich wirklich lehne. Schade. Digger, ich bin auch noch schlecht. Noch ne Runde, oder? Ähm, ist mir egal. Entscheide du. Warum treff ich grad nix? Find ich dumm? Ja. Ja, dann lass doch mal. Guck mal. Guck mal, der Wicke. Fabian, verbiss dich. Okay. Jungs. Wir spielen wieder normal. Ach, der Kill-Dial? Ja, Kill-Dial. Komm. Ähm, Der Kill-Dial? Der Kill-Dial? Der Kill-Dial? Der Kill-Dial? Der Kill-Dial. Der Kill-Dial? Ich bin ganz kurz, Lassin. Ich muss hier noch gleich was ausschalten. Ich hab gar nicht die Waffen dabei, die ich spiele. Also die spiele. Ey, ich finde, Lassin ist ein bisschen schlechter geworden, Ever. Ach, gönn mir doch den zweiten, oder wie noch. jonas seit wann guckst du meine videos an welche videos du meinst die streams oder die streams ich hab nur eins geschaut und dann hab ich dich abonniert und dann kam der stream woher kommst du jonas thüringen thüringen wenn ich dir das kaffee wo ich herkomme wird ihr nichts sagen wir kommen aus wuppertal in der nähe von düsseldorf meine tante wohnt in düsseldorf ach gönn mir doch ach wuppertal ist auch eine scheißstadt also wichser kennst du die schwegelbahn wie bitte kennst du die schwebelbahn ja da sind wir ja da sind wir ja der otter hat mir was vom namen her gesagt aber es lohnt sich nicht nur wegen der schwebelbahn hier hin zu kommen weil die schwebelbahn hat nur betriebssteuerungen die dieses system von der scheiß schwebelbahn das kratzt ihr das immer ab das lohnt sich gar nicht mit der zu fahren man verbläffert dadurch nur sein geld jonas schätzt mal wie teuer ein ticket ist was ich besitze für zwei für ein jahr du musst monatlich 81 euro bezahlen diese stadtwerke die hier sind die sind einfach viel zu teuer das resultat ist ich bin besser gestern geworden hallo jetzt hat sogar von mir einmal kassiert eben okay ich habe mit die spielteile nicht richtig gespielt davor hast du gesagt ich will jetzt richtig und dann hast du erst mal angefangen ich wollte dich mit der pistola ganz dazu gar nicht weiter durch angefangen ist wo ich dich angehe ich hatte hast angefangen mit sturm gewährt auf mich zu ballern und mit pappen zu alles ich habe ich erst mal zu machen und halten sich damit ja 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 ich bin glaube ich besser zu geworden das war damals nicht so irgendwo müsste ich noch eine anfrage dass damals nicht so war oder dass ich besser als zu gewonnen stimmt stimmt da ist die anfrage du warst glaube ich mal wirklich besser ich habe so viele anfragen bekommen jetzt mal 72 ich habe einmal bei youtube gesagt ja kommt schickt mir anfragen ich bekomme so viele hast du ich habe irgendwas mit 94 und ich habe die alle nicht angenommen ok paar davon schon aber nicht alle jonas jetzt mal wie ich den galaxy geht bekommen habe ich jetzt mal bitte alle ganz kurz leise warte ich muss was aufnehmen von meiner sammlung hier wird sie ganz kurz ganz leise ja 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 ich habe dann eine reaktion aufgenommen ok jonas ich habe meinen galaxy skin dabei ist im saturn mediamarkt was für eine reaktion aufgenommen hat dann einfach geholt egal jetzt irgendwie wie teuer war das galaxy note ich glaube irgendwas 1200 euro oder so ne und dafür extra für so ein skin handy zu kaufen ne du musst du das von ton anhören ich habe dir was an whatsapp geschickt so ein paar mal die so ein du hast mir doch nicht ich habe dass ich das zweite nicht geklickt habe so ein das war ganz flott auf wordweb jasen mit tun mit tun okay wir machen wer die meisten kids hat jeder darf überall hinfliegen aber nicht in der gleichen stadt und sollte es gesperrt das einfach ganz einfach zusammenspielen weil ich dachte man das liegt ja und das wie zähliger das ist doch ein arsch der heise wir gehen einfach zum box vorne also das war fabian botsteller nennt und ich sage ich bekomme nur schwitzer in sogo nur schwitzer fragt das waren eben nur bots außer einen schwitzer ich bekomme extremer ep bus ja ich auch jeder ihre genau sofort nicht anders und bitte sagt mir dass du ein bot bist denn ich möchte ich so richtig schön weg die die meistens keine hängekleid haben sind bot aber er ist ja der fette lama tut aber aber er auch und wo wir einfach haben fack bei mir ist kein nass ach du scheiße nein doch kein bot gewesen er war gelandet da war der fette lama typ ja ist er jetzt tot aber wer denn stirbt inshallah zwei leute der ist so ein nieder der ist so ein one shot hier oben ein hit der ist tot John links von dir auf dem Dach der ist one shot der hat anders Kaste hol mir meine Karte John der ist one shot ich hab den zweimal fünf Sieger gedrückt weil der blue life hatte diesmal waren keine bots da ich würde den typen so trollen damit daran wenn er versuchte mir nicht zu trinken würde ich ihn an bei der fabian gerade eben das Duell hat sich geklärt ich habe mich verbessert und Jachin ist irgendwie gleich geblieben das ist nicht böse gemeint aber ich glaube es liegt auch daran dass er zwischendurch mal ein anderes Spiel gespielt und ich nicht dauerhaft seit drei Jahren ungefähr ja weil wenn man die ganze Zeit das gleiche Spiel spielt das ist auch richtig langweilig ja du siehst ja was man verbessert sich irgendwann ja schon aber das ist übelst langweilig wenn man die ganze Zeit aber Jachin ganz ehrlich gönn dir mal den Clip der ist geil geworden vor allem mit der editierten Treppe dann noch Fabian ich hab ihn dir auch geschickt kannst du auch mal reinziehen aber nur durch die Nase ich wollte eh mal so ein normales Video machen so nur wo Kill Clips sind geil von mir kriegst du ganz viele Videos ich hab auch noch viele abgespeichert ich hab auch noch viele abgespeichert komm einfach direkt HotDrop ich hab richtig Bock auf eine 20 Bomb also wir hatten letztes mal 45er Bomb ich hatte mal eine 53er Bomb mit meinen Kollegen das schafft man irgendwie voll eifer jetzt wegen die Bots ja wegen dir Jachin Jachin darf ja ne darf der nicht aber einer aus dem Campplan wo man hier landet bei mir ist eigentlich ein Keck gelandet ich komm einmal nicht ein Bot jetzt kommt jetzt kommt ich glaube bei bei mir zwei Noct bei mir zwei Noct bitte ja ich hör irgendwie in mein Haus auch einer sehr gut Digga was ist das für eine Waffe was er hat komm ich schlecht man holen komm ich mal safe Jachin bei mir als Gegner Jachin bei mir als Gegner ey mein Pferd schallt sich wieder aus deswegen konntest du sie nicht treffen Jachin wichtig wichtig Jachin bitte komm stell ich muss nicht Gott teilen scheiß doch auf ihn er hat doch noch genug Leben ey das dauert nicht ich komm jetzt 30 Sekunden nur 2 okay ich hab noch 10 10 9 8 7 6 2 4 3 2 1 elendige 1 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 9 Ich hab die gar nicht gesehen Geh mal runter im Keller Jassen behal dich wegen meiner Karte Scheiße auf Doppel A Ja Digger geil Jassen besorg meine Karte Geh hoch Da ist noch ein chest Geh mal schnell hoch Jassen Karte 15 Sekunden Erstmal paar Mets fahren Erstmal paar Mets fahren Erstmal paar Mets fahren Noch 40 Sekunden ca Du siehst die Ja die schaff ich schaff ich Nämlich kein R3 zu Digger das sind gebrochen Das ist unglaublich Für die Waffe 30 Sekunden Versuch es bitte nicht Nicht Ey hol mal schnell den Lose von dem anderen Da waren noch Rockets Digger das sind so Bord Der Bord hat Aim-Bord Nimm das Metskip und verpiss dich Ich Ja Ja Ach Jason Rest in Peace Ey Jason darf ich vorstellen Jonas Ja Digger Digger das sind alles Bots Das sind keine Bots Das sind keine Bots Das sind keine Bots Hast du mal Swoove nicht gesehen von der Kartoffel da? Du wolltest mir nicht sagen dass das kein Bot ist oder? Das ist so unglaublich Das ist so unglaublich Das ist so unglaublich Und der dumme Bastard der hat mich gekillt Du hast keine Mets Rechts auf los links pass auf Haaaaaaah Haaaaaaah Ich hab keine Mets Ich hab keine Mets gehabt Da war noch nix Rocket Brain Der hat dann vorhin der Pisser Ok dann hat das Rutsch wieder aus Wollen wir Gruppenkeile spielen? Wollen wir Gruppenkeile spielen? Wollen wir Gruppenkeile spielen? Warum höre ich keinen von denen? Oh Digger Digger das sind Save Bots Keiner würde so ne Skim Combo anziehen Keiner würde so ne Skim Combo anziehen Wär noch geil wenn du heute noch bereit machen würdest Ach Digger was ist das für eins Warte mal ich Ich komm mal rein Ey Yassin Hallo Fabian Ich bin wieder weg Yassin Yassin Ah Yassin ist auf Oh du kannst mitzocken Ehhh Ehhh Fabian Ja ja Arbeit und sowas Arbeit Digga ich hab noch vor den Ferien vier Personen nach einer Woche gestiegen Boah das ist so geil keine Arbeiten zu schreiben Boah Ey wir müssen so Ey wir spielen wirklich Gruppenkeile Wir spielen ja nicht Gruppenkeile Das geht durch Digga ey können wir wirklich machen ne Digga beste Idee von mich von allerbeste Haste Hast du ihre Farbe an das Filmen geguckt Ja Wir haben das Wir haben das die ganze Zeit gemacht Okay Ach deswegen seid ihr einset gelandet Ja und du bist die Gäste bei mir gewesen Ja vorher soll ich wissen wenn ich in Game Chat kommt und mir nix sag So vorher soll ich es wisseln Der Pischgott oder was? Wohin? Ah, da ist jeder. Ey! Ey, Favela ist mitbekommen, der Bruder spielt jetzt auch Fortnite. Ja, ich hab dir gestern zugeguckt in einer Runde. Ey, er war Top 8, er hatte 3 Bursts und Healing. Ja, der wurde gestern Zweiter. Aber er spielt auf iPhone. Ich guck mich nicht, wo er spielt, der ist kacke, der ist fack. Ey, guck mal, wie unser ganze Team direkt in den Passenpark landet. Ich werke. Ey, jetzt guck mal nach vorne. Oh, Fabian, weg! Hä? Was ist dein Problem? Wir können alle in eine Stadt. Aber... Wer noch, hat er da. Ah. Ahja. Oh, ich bekomm einfach ne Golden Attack. Digga, was so mein Gedanke ist bei Fabian. Das ist ein Standardwort, so Ahja. Ahja. Das ist ein Standardwort, Alter. Ey, Jason. Ich bin von Oldschool auf Baumesser Pro gewechselt. Erste Mal hast du es auch mal geschafft. Vor zwei Tagen. Hast du es auch mal hinbekommen? Hehehe. Ist das so... Ich... Ich... Yassin und... Ich hab die ganze Zeit gesagt, geh aufbauen. Mach's doch, Bro, na... Du so... Nein, nein, ich bleib auch Oldschool. Ja, aber... Ich muss noch aufbauen lernen. Ah. Ich bin die Creative. Ohhhh. Triple Headshot, Digga. Die Balls, Alter. Digga, als ob du schon einen Kill hast. Ich hab schon zwei. Digga. Drei. Oh, du Knaller Goof. Ich staub. Oh, du hast doch wieder um... Kiste? Jaja, war in der Kiste. Achso, ahja. Ich hab selber wenig. Aber ein paar gab's viel. Ahja, ist ja... Äh, Dings. Wie heißt das? Hängen-Kleiter. Ich hab schon alle Kills, die unser Team hat. Ne, einen hat der. Hast du gestorben? Ah, ne. Ich hab drei. Auf einem. Nein, ich bin nicht gestorben. Digga, Fabio und ich haben einfach beide gar keine Kills. Ja, weil da kein Gegner war. Oh, hier ist einer. Ah. Wo ist es? Okay, Fabio. Boah! Digga, John, was geht denn da drin ab? Ich geh ran, Digga. Da stehen drei Leute hinter einer Tür. Ich hab mich gerade... Ich hab mich gerade... Da ist einer mit einer Pistole gewesen. Der hat nämlich gerade mit einer Pistole weggelasert. Hab einen? Ah, du hast einen Kurden. Hab beide. Jaaaa! Ich hab mich gerade fast... Ich hab mich gerade fast eingeschissen, ne? Ja, ich hab mich selbst erschrocken. Der eine steht auf der Treppe. Der andere geht in die Ecke. Ich hab mich selbst zwei Märze fackt bekommen, Alter. Und ich geh da rein. Oh, da kommt die Negekugze, Fotze. Höh? Digga. Jason. Verpiss dich schon. Was? Jason. Dein Ernst? So. Ab, oder? Jaaaa! Der hat sich ja nicht mehr bewegt. Oh, Lootrop. Gönnt nicht mehr. Geil! Nein, du F***er! Ey! Denkst du... Oben! Ey, Jungs! Wie viel Kills habt ihr? Ein. Vier. Fünf. Zwanzig. Was wolltest du sagen? Du? Stopp. Was ist dein Scheiß Problem, du Bastard? Ey! Hör mal! Nett zu aggressiven Wörter hier, Freunde. Das ist aber nicht nett. Das ist so nett. Seiß doch drauf, ob das nett ist oder nicht, Alter. Ne, wollte ich gerade sagen. Äh, hier ist ein Bot. Ja, wir finden wieder nur eine Medaille. Ey, wenn er dich geht, Digga. Ich lach mit der Alpen weg. Ok, herzig! 2-0 Nee, richtig das erste Mal! Bitch, ich hab nen Bomberwagen! Vielleicht in deinen Träumen! Oder so ein Opel Corsa! Ah, Gegner! Hint uns! Du kopfst dich auf mein Boot, du Arschloch! Wie kann man in diesem Modus die Landung verkacken? Wenn man einen Hängegleiter hat? Das geht doch eigentlich gar nicht! Das ist doch so ein Ding der Unmöglichkeit, oder? Nein! Wenn du ihn wegkriegst! Wenn du den nicht aufwachst! Nein, John! Da war so ohne Schutz! Gotcha, Bitch! Digga, ich hab den gar nicht gesehen! Der hat sich absolut mit diesem Haus angepasst! Ey, es hat wieder einer, die Landung verkackt! Ey, ist das nicht gleiche? Ist der behindert? Was hat der denn für ein Tourette? Wo ist der Pesser? Der sagt nicht, dass der im Baum sitzt! Der ist so schön in dein Haus! Du Missgeburt! Dustin Dimund! Er hatte ein HP! Ich schick jetzt, äh... Sieben! Ja, komm zum Kopf und Gegner! Komm zum Onkel! Du meinst du äh... Du meinst so... In deinem Fall... Kommt's zu Mama, oder? Chainson kannst du kontern? Ja zwei Kilts! Hä? Was für ein grasser Konter! Oh, ich merke schon! Die beiden wollen es wissen! Nein! Nein! Wie viel Kills? Äh, 8! Ja, äh, 7? Ich weiß nicht, ich bin grad im Backspring gewesen. Ich hab gar nicht geguckt, du hast 7. Ich hab 4 Kills nur. Wie viele habe ich, Jadl? 8 habe ich gehört? Nein! Der ist so One-Shot gewesen! Digga, der, der dir die ganze Zeit so hakt! Wie kann man die Landung verkacken? Du hast auch immer noch 7, oder hast du jetzt 8, John? Ich hab 8. Ich hab grad noch einen Pumphead-Shop gegeben. Junge, ich bin auf dem Platz gekommen! Fuck, ich hab gern zu Skate rein, Alter! Ein Fabel hat 5K, glaub ich, oder? Ja, ja. Ja. Krasse Leistung, Alter! Danke, danke! Ich hab mir das heute gehandelt, ich dachte, hier wären welche. Nein! Ich find halt niemand... Du bist so ne Fischfresse, du Fischgericht! Knotenwängel. Könnt ich mal Gegner-Kromo-Saufe, wer das mal was? Ich will... Okay. Dieser scheiß Teammate hier. Knotenwängel. Wie viel hast du, Jason? 11. 11 Kills hab ich. Ich find keine Gegner. Hey, wo sind die Gegner? Unbelievable! Unbelievable! Akkutarte Date! What the fuck? Was ist das für Name, Junge? Papa! Kann man auch sowas? Da, I don't know, bruh. Da war wahrscheinlich Kompli-Berner. Oh, du Huren! Brink sie einfach selber mit mir um! Nur für den Kill! Jungs, ich frag... Ich frag mir langsam, äh, wo sind die Gegner? Äh, wo sind die Gegner? Hast du behindert? Da war ich! Okay ey, du kannst nur blind sein! Wenn du jetzt noch fragst, wo Gegner sind! Digga, ich seh wirklich nicht! Und ich hab meine Pullen nicht an, sorry! Uff! Nimm das Arsch-Gesicht! Ey, da oben ist ein Baum-Camper, Digga! Dieser scheiß Schauke-Camper! Jason, du bist nur ein Arschloch! Du hast mir den so abgezogen! Egal, du hast mir auch schon öfters Zeit abgezogen, also! Erflich! Ein Dreißiger! Wird der doch nur so entspannt! Ja, ja, kein Problem, alles gut! Alles ruhig, Standards abschissiert! Wieso löst du von mir weg? Nein! Oha, war wohl! Ich hab die vier Kills! Ich hab's, sechs! Digga, warum werden wir alle Kills? Ich hab's, wieviel Kills, wieviel Kills! Pfff! Dreizehn! Ja, ich hab vierzehn! Gönnung! Gönn mir viel! Ich bin kein Gönn! Please! Gönn mir einfach viel! Alter, was geht da ab?! Ich find kein... Ich find kein... Digga, hier sind nur Mages! Hier sind nur Teammates! Äh, John, bist du blind, irgendwie? Das war die Nummer eins! Er hat ein HP! Er hat ein HP! Er hat ein HP! Ja, wahrscheinlich, Alter! Fick dich doch! Aaaah! Fünfzehn! 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 Doch! Wir haben gewonnen! Ach, die Scheiße! Wir haben gewonnen! Bleiben verkackt! Bei mir und Jordan... Fünfzehn, Fünfzehn! Ich hab beide Fünfzehn, schade! Digga, Kopenkile ist anders, Scheiße! Pfff! Pfff! Das ist zu viel für meine Nerven! Ich bin kurz weg, warte! Mach bereit! Tö dün... Tö dün... Tö dün... Tö dün... Ach! Wozi? Lou Needham! Komm mal raus! Jason, ne! Ja.... Ich bin doch schon drausGen deliver! Jetzt komm doch mal runter du Behinderung! internetische Yo, hallo? Ja, die Musik, die ist lauter, jetzt weiß ich nicht was. Weiß ich nicht, ich bin jetzt... Also ich bin, ich bin vor meinem Zimmer ins Wohnzimmer rotiert und jetzt bin ich bei euch auf dem Bett, weil das Internet einfach so kacke ist, das ist unglaublich. Warte? Ja, da kann ich schon nix für. Ah ja, hat jemand auch den eisigen Auto getraten. Ah ja. Digga, das Ding ist geil. Ich meins. Ich fahr ja dann auch richtig. Digga, mach ich mit dem Wasser rein. Ach du, das stößt mein Ohr. Warte, ich komm gleich wieder, ich hab mal kurz in die Wasserflasche, bis gleich. Und rein. Äh, warte, du hast jetzt wirklich nicht bereit gemacht, oder? Oh du... Doch hat er. Äh, der Ding ist Jonas, ne? Ja. Okay, wie lange kannst du heute stoppen? Ja, ich hab eigentlich nicht mehr so lustig, ich glaub ich geh nach der Runde auf. Okay, und wenn wir jetzt nen Win holen würden? Dann geh ich nach der Runde auf. Entspannend. Sagst du morgen, oder... Habt ihr eigentlich Ferien, oder nicht? Ja, ich hab noch eine Woche. Nicht du Junge, du wohnst doch bei mir, du Esel. Ja, wir haben nächste Woche wieder Schule. Wir haben anderthalb Wochen oder so, keine Ahnung. Als ob ihr noch zur Schule geht. Ja, normal, ich mach mein Abi. Ich geh noch zwei Jahre in die Schule. Die Schule ist immer... Zweieinhalb. Excuse me. Was für eine Schule gehst du denn also? Okay. Nice, und notentechnisch nice, oder eher... Ja, 1,4. Hast du ja? 1,4. Ja, ganz entspannt. Selber. Was war dein bester bis jetzt? 1,2. Nee, ich hab's... Ich hab eigentlich so gut wie das Unmögliche möglich gemacht. Ich hab nur den neuen. Grundschule, wir hatten nur 10... Neun Fächer. Ja, wie kann man nur den neuen... Keine Ahnung, stand auf dem Solltniss. Damals haben die immer auf Solltniss geschrieben, was so ein Durchschnitt man hat. Weil's jemand selber ausrechnen konnte. Guck mir mal bitte die Waffe, ich hab keine Vernünftige. Jason. Ich kann nicht mit ARPG spielen. Ich. Kann ich dir mal bitte. Danke. Warte mal, hab ich hier nicht noch irgendwo einen genockt oder so? Was? Held. Äh, Baum. Watze! Ich bin tot, ich bin tot. Ich brauch Hilfe, 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 Hilfe. Ja. Oh, Jesus. Digga, mir hab ich's überlebt. Digga, mir hab ich's überlebt. Der Pum. Ja. Oh, hell christ. Oh, my god digga. Lass mich leben. Nein. Er könnte... Kann einer schon zu mir kommen, bitte? Digga, der ist anders low. Ah, sorry. Digga, wo ist Farback? Oh, Farback oder? Versuch ihn hochzuholen. Sind bei dir noch Gegner? Bei mir? Nein. Ich hab 5 Kills. Let's go digga. Einer ist genockt. Andere... Ey, äh, Jonath, hast du Rockets? Äh, warte. Einer wurde grad gefinisht. An diesem Blue House drinnen. Wenn Jan... Dann kannst du mich hoch holen. Äh, die Bricks ist ja alles, das ist mein... äh, meins. Kannst einfach auflösen. Komm hier, äh, Jon, schnell! Ich fahr' ich gerade selber. Bruh, mein Freund. Komm hier, das geht. Pack die Hand rein! Geiler Scheiß, Alter. Wir können da. Auf jeden Fall. Ne, ne, kommt nicht. Anstelle. One-Short. Knock. Lock. Wer wäre ne Pump? Grün. Ich brauch Muni. Lock ihn. Boah, Laser, Laser! Jetzt da einer ist noch. Äh, gönn mal, du hast mir den Absurd geklaut. Ja, gönn dir mal. Er hatte 1 HP! Sorry. Er hatte 1 HP! Ich schwore, 1 HP! Gib mir ein Medipack, gib mir ein Medipack. Hier, gönn dir lieber die Kanone hier. Er hatte legit 1 HP! Einen Schuss, ja! Einen Schuss, oder, Jon? Hat doch viel gebracht. Achso, ja, hier. Ey, ich hab ihm 66er und 33er gegeben. Ey, warte mal, wo du Fahrtbären hin? Er ist raffig, hab ich doch gesagt. Ey, hat noch einer von euch, ähm, äh, Rocket Muni? Ja, hier. Ne. Danke. Ey, Jungs, ich muss weiter. Wenn ihr nicht killen müsst, killt nicht. Ich kann eine 20-Bomb machen. Obwohl, warte mal, wollen wir die von Pleasant abfahren? Ja. Jungs, ich hab, äh, ich hab noch einen. 2, 3. Ich hab Gegner noch! Wo? Ey, bitte nicht töten, bitte nicht töten! Ich hab einen Gap salon mit. Ich hab einen Scheiße vor dir. Ich hab einen Scheiße vor dir! Danke! Digga, ich brauch diese, ich danke Ehren, Mann! Ich finische! Bitte hab Rocket! Wir sind im Fein, im Fein Familie Einer, Precord, Star On me Mach Rocks Launcher Brauche ich nicht Sag ich doch, brauche ich nicht Ich brauche... Ehre Ach lol Bei mir ist noch einer Ich lebe noch Fabian, nicht töten wenn du nicht musst Wie bitte? One hit, one hit Fabian, ich mach grad ne Twenty Bomb Wie weg jetzt hast du Alles gut, ich hab mit gelasert Der war schuld Ey, habt ihr noch irgendwo einen? Ja, bei mir Ja Beide einen hit Die Mad genockt GG Ja, ich musste den kill Oh nein, Jason mach nicht so, mach nicht so Jason Ich hab elf kills, Jason Die sind gut angelet, die kommt zu mir Wir wollen die Korn Achso Die Zone, die Zone Chill, 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 gönn mir, gönn mir Der Grün ist White, der Grün ist White Grün ist One-Shot, John Kriegst du, kriegst du Ich weiß Ich weiß Du bist so ein Ehrenmann Ich küsse deine Eier Also Hat noch jemand Rockets? Nein, nicht nur Absolut homo, Digga Halt mal Rockets Ah, nicht viel, aber Ich hab schon wenig, danke Ah, Luli, hab ich jetzt die Pummon wieder aufgesammelt Ah, ja Halt mal Danke, ah, warte, jetzt hab ich wieder Pummon aufgesammelt Nein, nein, nein Ja, ich... Nein, egal, ich will absolut die 20 Bombe haben Ich hab 13 killed, let's go War mein Ding, was geht's Lass so, geht, lass so, lass so Ja Jason, was, wenn ich ne 20 Bombe schaffe Dann nur, weil Ihr mitgeholfen habt Juno, steig ein Ich, äh, Geld habe Und ich, äh, wenn wir uns gut drehen gehen Dann will ich nicht mehr Nein, Digga, ich will kein Geld Komm, dreh dich, du scheiß rot Okay Ey, aufh, wir haben Solo-Squads Aber Mein Squads hilft mir trotzdem Mach Du bist in Rot Wieso das was? Ich hab 13 kills Ich mach jetzt ne 20 Bombe, Digga Mach sogar 30 Bombe zusammen mit Team Ey, vom Ding her so, ne Ich könnte wirklich noch ne 30 Bombe schaffen Mit zusammen 30 Bombe Ich kann auch alleine eine machen Das zusammen lieber Hier waren auch Gegner Das zusammen lieber Ey, ich seh einen, ich seh einen Oder? Doch nicht, doch nicht Jungs, hier wollen Leute Oh, schade, Digga Ich, hm, ich, hm, 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 hm Ja, fick dich doch Ja, fick dich doch Ja, fick dich doch Hier, der eine hat Chill-Track Kann ich jetzt einfach mit Ey, Jonas, du bist runtergeballert, nur noch eine Wandhälter Na ja, halt Ey, ich hab einen gecrackt Der ist One-Shot, der ist One-Shot Ich bekomme jedes Oh, ich wurde einfach gerockert Gerade Der One-Shot, äh, sein Team mit auch Der Steifen Nein, nein, nein Ey, das ist ein Bot Der ist auch One-Shot, der ist auch One-Shot Alles in White Ey, bitte gönnen wir, gönnen wir Ja, warte, ich komme, ich komme Ich geh schon Ey, der ist die Horn-Shot Meine Karte Aufgesammelt, nice Ich brauch Hilfe Ich muss einficken kurz Ey, bei mir alle weak, alle weak Kann ich den jetzt hier holen, oder nicht? Mal hier leer Nein, nein, ein HP Nein, nein, ein HP Er hat ein HP Och, Mann Und jetzt choke ich, ey, bitte holt mich Ehre, Ehre Lul Ich hab, danke, ich hab Aber egal, ich nehme trotzdem mit Hat ich mal ein Boot, oder so? Nein Wir müssen so weit nicht so, nein, wenn wir choken Wo ist das wohl? Ja, guck mal, wie weit wir ihn nicht so wissen Das ist so ein Joke, ne? Das Game ist so trash, Alter Was mach Ich hab einen Mad-Kid Ich hab einen Mad-Kid Use, Use, ich baule Ich brauch noch nicht Ich brauch noch nicht Ja, Digga, mach nicht Ich mach auf 10 Ich hab gar keine Mads mehr Einer muss weiterbauen Lass mich, ich baue Ich muss das jetzt gleich, äh, usen, ne? Dankeschön Ich muss das perfekt uptimen Ja, wenn wir das fachen Nein, gleich, wenn die Sonne am Ende ist Komm, Double Ich use das jetzt einfach, Junge Ich hab fast keine Mads mehr Ja, einer muss weiterbauen Das ist so schwul Das ist so kacke, ne? Ja, Sinn, warum musstest du das ausmachen? Das ist so schwul das Game Ja 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 Jonas, gib dir schnell Ich kann grad nicht Ich kann grad nicht Hast du? Ist von draußen Ist von draußen Ach, bist du von mir auf? Tschüss Please, please, please RIP Ich hab halt keinen Schuss Scheiße Scheiße Nein Bitte, bitte Bitte Gönnspiel Gönn Ja 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 Oh, ich bin fast gestorben Wo die nächste Tode schon wieder ist Ich heule Ich kann eure Karten nicht holen Ich sterbe sonst Ey, Can, du kannst mich noch holen Aber nicht hier Wo ist denn der nächste Bus? Ey, Can, es gibt keine Busse mehr Schön Schön Ui Da vor dir, vor dir Oben Fuck A rocket Nice Ey, ich muss in die Zone, Jungs Was macht ihr? Äh Ja Das hat keiner gesehen, Digga Fuck, es gibt keine anderen Busse mehr Ohohoho Hallo? Ich will nicht sterben, Digga Aber ich will nicht sterben So nah zu Oge gemacht Ich hab einfach 16 Kills Nein, Digga Komm, mach einfach bereit, Digga Jedes Mal Jesus, jedes Mal so Guck mal, wo die scheiße Zone ist Guck mal, wo wir landen Wo Puh auf dein Gesicht, du Hure So ein Spiel Puh auf dich, du Mückenbengel Sind ein Arme, ne Wabane, gut Töne Sie können die Arme nachholen Pizek Sie können die Arme nachholen Ha Scheiße, Scheiße, Digga Ihr wollt gar nicht wissen, was ich gerade alles von ihm beleid schaffe Warum fighten die den Stormfighter? Digga, Alter, sind so ein Stormfighter, ne Ey, ich will nicht so, als ob das Team-Sniper wäre Aber Fabian hat keinen Zuschauerraum Ey, guck mal, er hat Full-Aim als bestes AIM Digga, er hat Kartoffel-Aim Er hat einen AIM von dem Hurensohn Null Ey, Fabian, daraus machst du kein Video, sonst ist das halbe Video aus dem Piepton Wix-Game, Alter Wix-Vorlage von meinem, seinen Mami Wix-Vorlage von seinen Mami Wix-Vorlage von seinen Mami Wix-Vorlage von seinen Mami Und was, wenn nicht Was, wenn nicht, wenn nicht, dann Dürfen wir dir den Nackenklatscher geben Hä? Machen wir aus, aber nur locker Ihr dürft mir den Nackenklatscher, okay Wenn nicht, dann dürft ihr mir den Nackenklatscher mit einem Finger geben Hä? Gib mir vergessetz Ey, autonom Äh, ich spucke dir einmal auf den Nacken Ich geh absoluten zu den Sprinks Ey, ich ziehe aber Ey, ich ziehe din Ey Can, ich ziehe denn mit nem Finger richtig durch Deal? Ey, nice! Jonas ist noch da Jonas, wann musst du ausmachen? Mach witz. Jonas? Hat schon gar keinen Bock mehr, Digga. Ah ja, ich. Okay, okay. Ihr dürft einen Minaken-Klatscher geben, aber wenn ihr extra jemanden killt, wenn es nicht anders geht, dann nicht. Ey, ich mach so weiter, wie ich mache. Ich mach Kills, weil ich will ja auch vorankommen. Ich will einen Briggs-Code machen jetzt, Jungs. Ey, aber egal, der hat schon gecallt, dass er nach der Runde aufgeht. Ich geb wieder Briggs. Hier ist jemand. One-Shot. Ey, ich hab die nächsten gespottet. Hier vorne, hier vorne, hier vorne. Der hat keine Waffe. Lass mich, lass mich. Der hat keine Waffe. Juckt mich nicht, der kann mir mal in Nase. Ey, Jalen, Mini. Diga, vier Leute. Bei mir ist noch einer geil. Ey, er braucht. Hilfe. Zwei kills. 150er mit Granate. Ich hab's machen, Granate von 150er. S-Wide, weiter S-Wide, konsumieren. Ich hab's gecallt, ne? Bitteschön, bruh. Hier, 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 hier. Jungs, ich will die Kills. Danke. Ey, guck mal, wie Jason mich supportet, Digger. Er ist so ein Ehrenmann. Oh, Digger, wenn wir zwischendurch paschen, lass ran. Hey, wir? Ah, Digger, wir hatten noch einmal. Wir beide nie. Doch, einmal. Oh, bei Gott sogar einmal. Einmal ingame Fortnite war das. Dann hast du ein bisschen MP-Mount. Null. Nein. Nein, scheiße. Fuck, ey. Ey, fuck, wenn du so ein 31er, er gönnt mir nicht die 20-Bomb. Ja, warum? Ich hab vorher gesagt, dass ich so weiter, wie ich Kill mache. Habe ein MP-Mount, bitte. Hast du ein bisschen. Wie viel hast du? Null. Teg, ich kann auch nicht meine ganze abgeben. Egal, egal, dann spiel Pum-A, ja, scheiße. Weil ich geh mit MP immer Dings Nahkampf. Hast du ein bisschen Pum-Mount? Hab ich zwölf. Egal, es gibt einfach viel zu wenig gerade hier in der Stadt. Ich hab gar keinen Pump-Mount. Hast du eine Pump? Hier gibt es übelst wenig Munitionskisten. Willst du meine graue? Nein, danke. Ich hab doch eine. Hast du nicht auch eine? Ah, ich hab nicht meine Hand. Und jetzt landen? Fünf. Scheiße, Start. Ja, hier landen wir jetzt einfach keinen Menschen. Das waren jetzt eins in uns. Wer schießt hier? Ich? Damit Gegner kommen. Die kommen dann eh gar nicht, wenn du schießt. Jucke. Ey, da hat gerade einer. Also, ich bin nicht der Einzige, der gerade einen Scott auseinandergenommen hat. Da war gerade noch einer. Juck mich nicht. Es ist jedes Mal so. Ich steppe jedes Mal an der Zone, wenn ich viele Kills habe. Jungs, dieses Game, das gönnt mir weniger als den Blank-Op-Tischenman. Ich weiß, mir hat ein Kill in der ersten Runde eine neue Season gefüllt für eine 20-Bot-Ups-Solo. Ich hab schon. Jungs, ich geh Richtung Frenzy Farm. Das sind immer Gegner. Wollen wir nicht lieber hier chillen? Scheiß auf die Salty. In Frenzy Farm hat man keine Deckung. Doch. Getreide fällt. Ich weiß nur, dass in jeder Runde Leute nach Salty kommen. Ja, meistens weiß ich. Ich glaube, dann geh ich nach Pleasant. Kann ich mit dir kommen? Dann kann ich ein bisschen durchschießen. Normal. Frenzy Farm kommt auch. Ich hoffe, ich alleine. Oh, Digga. Ey, meine Essics sind so fast geworden, ne? Du hast von Phase 2, oder? Komm, mach jetzt. Nein, aber no joke. Wir sind unbedingt wirklich schnell geworden. Hast du jetzt die Phase 2, oder was? Nein. Ich habe die Phase 2. Wir chillen. Also, ich chill erstmal noch ein bisschen hier. Ich gehe gerade Richtung Frenzy Farm. Kannst du jetzt sagen, wenn Richtung welche... Äh, Richtung hier zu kommen. Scheiß. Wir können die Abfahrt. Ich muss halt noch fahren, Digga. Ich hab nicht so richtig viel mehr zu. Ja, also Holz geht, glaube ich, fast 700. Aber das andere... Ich hab MP-Mon, wenn du brauchst. Please, ein Gegner. Nein, aber du kannst behalten. Wirklich, schuldig, behalten. Behalt. Gegner, please. Kannst du MP-Mon. Ja, okay. Wollen wir da hingehen? Oh, oh, oh. Hier sind zwei Teams. Oh, Orgasmus. Oh, ja, super, super. Oh, ja, super, super. Oh, ja, super, super. Oh, ja, eu. Ich hab keine 1,50. Ich hab gerade. Ich hab das wieder runter. Komm, Harten was hoch. Meine Edits klopfen gerade nicht. 1, 2, 3. Okay, eigentlich... Ich hab noch die Hoffnung. Ey, warte mal, bauen die gut. Ich seh da gerade gar kein Bau, weil die das eine Team erledigt haben. Aber wir müssten doch noch Gebäude sein, oder haben die sich gepickst? Ein bisschen. Bis hier. Scheiße, Digga, wo du bist, Mann. Warum rennen die woanders in die falsche Richtung? Wohin? Wohin? Wohin rennen die? 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 Die rennen... Ja, ich glaube auch. Obwohl pleasant ist Mitte. Okay, ich hab die gesehen. Haben die dich auch gesehen? Nein, noch nicht. Hier beim Haus. Oben. Er ist Usbekistan, Junge. Er ist Kasachstan. Ich glaube, wir hätten lieber 40 bleiben müssen. Ich glaub, die haben irgendeinen verfolgt, oder? Ey, in 10 Sekunden wissen wir mehr, was er hätte machen müssen. Ich sag's, 40 bleiben. Ja. Fuck, fuck, fuck. Ich wollte gesehen. Oh, nö. Sollte bleiben, Digga. Abgezogen nach Sollte. Äh, gib Fabian. Das sind 3 Leute. Okay, da gehen wir dicht. Nee, tief. Nee, tief. Nicht dir hin. Farben chillst dein Leben einfach. Nope. Also, deine Karte können wir in dieser Runde nicht mehr angehen. Siehst du denn nur welche? Nee, knapp bist du. Ich hack mich, ich hack mich kurz rein. Genau, das ist ich. Hey, Digga. Normalerweise, ne, wenn ich keine Kills schaffe, dann kommen hier immer 3 Millionen Leute hin. Ey, ich, ich, ich tu, ich tu kurz, ich tu kurz ein, äh, Dings, Bot Spawner anmachen. Mach mal Witze. Ah, ja. Ah, Digga. Die edit sitzen nicht mehr, warte. Nochmal, nochmal. Ich tu, als ob das nicht passiert wäre. Digga, JD, nicht edit. Ach, komm, weiß wieder. Digga, was machen wir hier? Wir haben Langeweile. Kann das sein? Ja, Digga, Junge, ich brauche Gegner. Ich brauche Essen. Bombe. Bombe bei SO. Digga, es riecht auf AIDS einfach. Komm her, Baby. Ich leg dich jetzt flach. Scheiße. Ich fühle dich, ey, auf der Insel wurde dick. Er hat vier Bursts abgebekommen. Ey, deine Abla ist auch da. Oder, äh, 26. Hä? Ich mach nach dieser Runde den Livestream aus. Ja, mach mal. Tschüschlan, was ist er denn? Der Gare, das war halt so... Er hat sich so... ...weiß von Katoos, ...weiß von Katoos, ...weiß von Katoos, ...weiß von Katoos, ...weiß von Katoos. Ja Josef! Sandwich! Ne? Bitte so runter, ey du! Ja! Hinter dir! Bombe! Ah du Hure schon! Bombe! Jo Leute, das war's mit dem Lifetime! Nein! Doch!